Konrad Ferdinand Mayer, das Amulett Alte vergilbte Blätter liegen vor mir mit Aufzeichnungen aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts. Ich übersetze sie in die Sprache unserer Zeit. 1. Heute, am 14. März 1611, ritt ich von meinem Sitz am Bieler See hinüber nach Courtillon, zu dem alten Bocard, den Handel um eine mir gehörige mit Eichen und Buchen bestandene Halde in der Nähe von Münchweiler abzuschließen, der sich schon eine Weile hingezogen hatte. Der alte Herr bemühte sich in langwierigem Briefwechsel um eine Preiserniedrigung, Gegen den Wert des fraglichen Waldstreifens konnte kein ernstlicher Widerspruch erhoben werden, doch der Greis schien es für seine Pflicht zu halten, mir noch etwas abzumarkten. Da ich in dessen guten Grund hatte, ihm alles Liebe zu erweisen und über dies Geld es benötigt war, um meinem Sohn, der im Dienste der Generalstaaten steht und mit einer blonden, runden Holländerin verlobt ist, die erste Einrichtung seines Hausstandes zu erleichtern, entschloss ich mich, ihm nachzugeben und den Handel rasch zu beendigen. Ich fand ihn auf seinem altertümlichen Sitz einsam und in vernachlässigtem Zustande. Sein graues Haar hing ihm unordentlich in die Stirn und hinunter auf den Nacken. Als er meine Bereitwilligkeit vernahm, blitzten seine erloschenen Augen auf bei der freudigen Nachricht, rafft und sammelt er doch in seinen alten Tagen uneingedenk, dass sein Stamm mit ihm verdorren und er seine Habe lachenden Erben lassen wird. Er führte mich in ein kleines Turmzimmer, wo er in einem wurmstichigen Schrank seine Schriften verwahrt, hieß mich Platz nehmen und bat mich, den Kontrakt schriftlich aufzusetzen. Ich hatte meine kurze Arbeit beendigt und wandte mich zu dem Alten um, der unterdessen in den Schubladen gekramt hatte, nach seinem Siegel suchend, das er verlegt zu haben schien. Wie ich ihn alles hastig durcheinanderwerfen sah, erhob ich mich unwillkürlich, als müsste ich ihm helfen. Er hatte eben wie in fieberischer Eile ein geheimes Schubfach geöffnet, als ich hinter ihn trat, einen Blick hineinwarf und tief aufseufzte. In dem Fache lagen nebeneinander zwei seltsame, beide mir nur zu wohlbekannte Gegenstände, ein durchlöcherter Filzhut, den einst eine Kugel durchbohrt hatte, und ein großes, rundes Medaillon von Silber mit dem Bild der Mutter Gottes von Einsiedeln in getriebener, ziemlich roher Arbeit. Der Alte kehrte sich um, als wollte er meinen Seufzer beantworten und sagte in weinerlichem Ton, »Jawohl, Herr Schadau, mich hat die Dame von Einsiedeln noch behüten dürfen zu Haus und im Feld, aber seit die Ketzerei in die Welt gekommen ist und auch unsere Schweiz verwüstet hat, ist die Macht der guten Dame erloschen, selbst für die Rechtgläubigen. Das hat sich an Wilhelm gezeigt, meinem lieben Jungen, und eine Träne quoll unter seinen grauen Wimpern hervor. Mir war bei diesem Auftritt weh ums Herz, und ich richtete an den Alten ein paar tröstende Worte über den Verlust seines Sohnes, der mein Altersgenosse gewesen und an meiner Seite tödlich getroffen worden war. Doch meine Rede schien ihn zu verstimmen, oder er überhörte sie, denn er kam hastig wieder auf unser Geschäft zu reden, suchte von Neuem nach dem Siegel, fand es endlich, bekräftigte die Urkunde und entließ mich dann bald ohne sonderliche Höflichkeit. Ich ritt heim. Wie ich in der Dämmerung meines Weges trabte, stiegen mit den Düften der Frühlingserde die Bilder der Vergangenheit vor mir auf, mit einer so drängenden Gewalt, in einer solchen Frische, in so scharfen und einschneidenden Zügen, dass sie mich peinigten. Das Schicksal Wilhelm Bokars war mit dem meinigen aufs Engste verflochten, zuerst auf eine freundliche, dann auf eine fast schreckliche Weise, Ich habe ihn in den Tod gezogen, und doch, so sehr mich dies drückt, kann ich es nicht bereuen und müsste wohl heute im gleichen Falle wieder so handeln, wie ich es mit 20 Jahren tat. Immerhin setzte mir die Erinnerung der alten Dinge so zu, dass ich mit mir einig wurde, den ganzen Verlauf dieser wundersamen Geschichte schriftlich niederzulegen und so mein Gemüt zu erleichtern. Ich bin im Jahre 1553 geboren und habe meinen Vater nicht gekannt, der wenige Jahre später auf den Wellen von Saint-Quentin fiel. Ursprünglich ein thüringsches Geschlecht hatten meine Vorfahren von jeher in Kriegsdienst gestanden und waren manchem Kriegsherrn gefolgt. Mein Vater hatte sich besonders den Herzog Ulrich von Württemberg verpflichtet, der ihm für treu geleistete Dienste ein Amt in seiner Grafschaft Mümpelgard anvertraute und eine Heirat mit einem Fräulein von Bern vermittelte, der an Ahn einst sein Gastfreund gewesen war, als Ulrich sich landesflüchtig in der Schweiz umtrieb. Es duldete meinen Vater jedoch nicht lange auf diesem ruhigen Posten und er nahm Dienst in Frankreich, das damals die Picardie gegen England und Spanien verteidigen musste. Dies war sein letzter Feldzug. Meine Mutter folgte dem Vater nach kurzer Frist ins Grab und ich wurde von einem mütterlichen Ohm aufgenommen, der seinen Sitz am Bieler See hatte und sich wenig in die öffentlichen Angelegenheiten mischte. Ja, er verdankte es eigentlich nur seinem in die Jahrbücher von Bern glänzend eingetragenen Namen, dass er überhaupt auf Berner Boden geduldet wurde. Er gab sich nämlich von Jugend auf viel mit Bibelerklärung ab, wie es in jener Zeit religiöser Erschütterung nichts Ungewöhnliches war, aber er hatte, und das war das Ungewöhnliche, aus manchen Stellen des Heiligen Buches, besonders aus der Offenbarung Johannes, die Überzeugung geschöpft, dass es mit der Welt zu Ende gehe und dass es deshalb nicht redlich und ein eitles Werk sei, am Vorabend dieser durchgreifenden Krise eine neue Kirche zu gründen, weswegen er sich des ihm zuständigen Sitzes im Münster zu bären beharrlich und grundsätzlich entschlug. Wie gesagt, nur seine Verborgenheit schützte ihn vor dem gestrengen Arm des geistlichen Regimentes. Unter den Augen dieses harmlosen und guten Mannes wuchs ich, wo nicht ohne Zucht, doch ohne Route in ländlicher Freiheit auf. Mein Umgang waren die Bauernjungen des benachbarten Dorfes und dessen Pfarrer ein strenger Kalvinist, durch den mich mein Ohm mit Selbstverleugnung in der Landesreligion unterrichten ließ. Die zwei Pfleger meiner Jugend stimmten in manchen Punkten nicht zusammen. Während der Theologe mit seinem Meister Kalvin die Ewigkeit der Höllenstrafen als das unentbehrliche Fundament der Gottesfurcht ansah, getröstete sich der Laie der einstigen Versöhnung und fröhlichen Wiederbringung aller Dinge. Meine Denkkraft übte sich mit Genuss an der herben Konsequenz der kalvinistischen Lehre und bemächtigte sich ihrer, ohne eine Masche des festen Netzes fallen zu lassen, aber mein Herz gehörte Sondervorbehalt dem Ohrheim. Seine Zukunftsbilder beschäftigten mich wenig, nur einmal gelang es ihm, mich zu verblüffen. Ich näherte seit Langem den Wunsch, einen wilden jungen Hengst, den ich in Biel gesehen, einen prächtigen Falben zu besitzen und näherte mich mit diesem großen Anliegen auf der Zunge eines Morgens meinem in ein Buch vertieften Ohrheim, eine Weigerung befürchtend, nicht wegen des hohen Preises, wohl aber wegen der landeskundigen Wildheit des Tieres, das ich zu Schulen wünschte. Kaum hatte ich den Mund geöffnet, als er aufblickend mich plötzlich scharf ins Auge fasste und mich feierlich anredete, »Weißt du, Hans, was das fahle Pferd bedeutet, auf dem der Tod sitzt?« Ich verstummte vor Erstaunenübergabe meines Ohrheims, aber ein Blick in das vor ihm aufgeschlagene Buch belehrte mich, dass er nicht von meinem Falben, sondern von einem der vier apokalyptischen Reiter sprach. Der gelehrte Pfarrer unterwies mich zugleich in der Mathematik und sogar in den Anfängern der Kriegswissenschaft, soweit sie sich aus den bekannten Handbüchern schöpfen lässt, denn er war in seiner Jugend als Student in Genf mit auf die Welle und ins Feld gezogen. Es war eine ausgemachte Sache, dass ich mit meinem 17. Jahre in Kriegsdienste zu treten habe, auch das war für mich keine Frage, unter welchem Feldherrn ich meine ersten Waffenjahre verbringen würde. Der Name des großen Colligny erfüllte damals die ganze Welt. Nicht seine Siege, deren hatte er keinen erfochten, sondern seine Niederlagen, welchen er durch Feldherrenkunst und Charaktergröße den Wert von Siegen zu geben wusste, hatten ihn aus allen lebenden Feldherren hervorgehoben, wenn man ihm nicht den spanischen Alba an die Seite setzen wollte, diesen aber hasste ich wie die Hölle. Nicht nur war mein tapferer Vater treu und trotzig zum protestantischen Glauben gestanden, nicht nur hatte mein sanftmütiger Ohm vom Papsttum einen übeln Begriff und meinte es, in der Babylonier in der Offenbarung vorgebildet zu sehen, sondern ich selbst fing an, mit warmem Herzen Partei zu nehmen, hatte ich doch schon als Knabe mich in die protestantische Heerschar eingereiht, als es im Jahre 1567 galt, die Waffen zu ergreifen, um Genf gegen einen Handstreich Albas zu sichern, der sich aus Italien längs der Schweizer Grenze nach den Niederlanden durchwand. Den Jüngling litt es kaum mehr in der Einsamkeit von Jaumont, so hieß der Sitz meines Ohrheims. Im Jahr 1570 gab das Pazifikationsedikt von Saint-Germain-en-Laye, den Huguenotten in Frankreich Zutritt zu allen Ämtern und Colligny nach Paris gerufen, beriet mit dem König, dessen Herz er, wie die Rede ging, vollständig gewonnen hatte, den Plan eines Feldzugs gegen Alba zur Befreiung der Niederlande. Ungeduldig erwartete ich die jahrelang sich verzögernde Kriegserklärung, die mich zu Collignies Scharen rufen sollte, denn seine Reiterei bestand von jeher aus Deutschen und der Name meines Vaters musste ihm aus frühen Zeiten bekannt sein. Aber diese Kriegserklärung wollte noch immer nicht kommen und zwei ärgerliche Erlebnisse sollten mir die letzten Tage in der Heimat verbittern. Als ich eines Abends im Mai mit meinem Ohm unter der blühenden Hoflinde das Vesperbrot verzehrte, erschien vor uns in ziemlich kriechender Haltung und schäbiger Kleidung ein Fremder, dessen unruhige Augen und gemeine Züge auf mich einen unangenehmen Eindruck machten. Er empfahl sich der gnädigen Herrschaft als Stallmeister, was in unseren Verhältnissen nichts anderes als Reitknecht bedeutete, und schon war ich im Begriff, ihn kurz abzuweisen, denn mein Ohrheim hatte ihm bis jetzt keine Aufmerksamkeit geschenkt, als der Fremdling mir alle seine Kenntnisse und Fertigkeiten herzuzählen begann. »Ich führe die Stoßklinge«, sagte er wie wenige, »und kenne die hohe Fechtschule aus dem Fundament.« »Bei meiner Entfernung von jedem städtischen Fechtboden empfand ich gerade diese Lücke meiner Ausbildung schmerzlich, und trotz meiner instinktiven Abneigung gegen den Ankömmling ergriff ich die Gelegenheit ohne Bedenken, zog den Fremden in meine Fechtkammer und gab ihm eine Klinge in die Hand, mit welcher er die meinige so vorzüglich meisterte, das ich sogleich mit ihm abmachte und ihn in unsere Dienste nahm. Dem Ohm stellte ich vor, wie günstig die Gelegenheit sei, noch im letzten Augenblick vor der Abreise den Schatz meiner ritterlichen Kenntnisse zu bereichern. Von nun an brachte ich mit dem Fremden, er bekannte sich zu böhmischer Abkunft, Abend um Abend oft bis zu später Stunde in der Waffenkammer zu, die ich mit zwei Mauerlampen möglichst erleuchtete. Leicht erlernte ich Stoß, Parade, Finte, und bald führte ich theoretisch vollkommen fest die ganze Schule richtig und zur Befriedigung meines Lehrers durch. Dennoch brachte ich diesen in helle Verzweiflung dadurch, dass es mir unmöglich war, eine gewisse angeborene Gelassenheit loszuwerden, welche er Langsamkeit schallt und mit seiner blitzschnell zuckenden Klinge spielend besiegte. Um mir das mangelnde Feuer zu geben, verfiel er auf ein seltsames Mittel. Er nähte sich auf sein Fechtwams ein Herz von rotem Leder, das die Stelle des Pochenden anzeigte und auf welches er im Fechten mit der Linken höhnisch und herausfordernd hinwies. Dazu stieß er mannigfache Kriegsrufe aus, am häufigsten Alba hoch, Tod den niederländischen Rebellen oder auch Tod dem Ketzer Koligny an den Galgen mit ihm. Obwohl mich diese Rufe im Innersten empörten und mir den Menschen noch widerlicher machten, als er es mir ohnehin war, gelang es mir nicht, mein Tempo zu beschleunigen, da ich schon als pflichtschuldig Lernender ein Maß von Behändigkeit aufgewendet hatte, das sich nun einmal nicht überschreiten ließ. Eines Abends, als der Böhme gerade ein fürchterliches Geschrei anhob, trat mein Ohrheim besorgt durch die Seitentüre ein, zu sehen, was es gäbe, zog sich aber gleich entsetzt zurück, da er meinen Gegner mit dem Ausruf, Tod den Hugenotten, mir einen derben Stoß mitten auf die Brust versetzen sah, der mich, galt es ernst, durchbohrt hätte. Am nächsten Morgen, als wir unter unserer Linde frühstückten, hatte der Ohm etwas auf dem Herzen, und ich denke, es war der Wunsch, sich des unheimlichen Hausgenossen zu entledigen, als von dem Bieler Stadtboten ein Schreiben mit einem großen Amtssiegel überbracht wurde. Der Ohm öffnete es, runzelte im Lesen die Stirn und reichte es mir mit den Worten. Da haben wir die Bescherung, lies Hans, und dann wollen wir beraten, was zu tun sei. Da stand nun zu lesen, dass ein Böhme, der sich vor einiger Zeit in Stuttgart als Fechtmeister niedergelassen, sein Weib, eine geborene Schwebin, aus Eifersucht meuchlerisch erstochen, dass man in Erfahrung gebracht, der Täter habe sich nach der Schweiz geschlagen, ja, dass man ihn oder jemand, der ihm zum Verwechseln gleiche, im Dienste des Herrn zu Chaumont wolle gesehen haben, und dass man diesen, der in Erinnerung des seligen Schadau seines Schwagers, der Herzog Christoph, sonderlich gewogen sei, dringender Suche, den Verdächtigen zu verhaften, selbst ein erstes Verhör vorzunehmen und bei bestätigtem Verdachte den Schuldigen an die Grenze liefern zu lassen. Unterzeichnet und besiegelt, war das Schreiben von dem herzoglichen Amte in Stuttgart. Während ich das Aktenstück las, blickte ich nachdenkend einmal darüber hinweg nach der Kammer des Böhmern, die sich im Giebel des Schlosses gelegen mit dem Auge leicht erreichen ließ und sah ihn am Fenster beschäftigt, eine Klinge zu putzen. Entschlossen, den Übeltäter festzunehmen und der Gerechtigkeit zu überliefern, erhob ich doch unwillkürlich das Schreiben in der Weise, dass ihm das große, rote Siegel, wenn er gerade herunterlauerte, sichtbar wurde, seinem Schicksal eine kleine Frist gebend ihn zu retten. Dann erwog ich mit meinem Oheim die Festnehmung und den Transport des Schuldigen, denn dass er dieses war, daran zweifelten wir beide keinen Augenblick. Hierauf stiegen wir, jeder ein Pistol in der Hand, auf die Kammer des Böhmern. Sie war leer, aber durch das offene Fenster über die Bäume des Hofes weg, weit in der Ferne, wo sich der Weg um den Hügel wendet, sahen wir einen Reiter galoppieren und jetzt beim Hinuntersteigen trat uns der Bote von Biel, der das Schreiben überbracht hatte, jammernd entgegen, er suche vergeblich sein Ross, welches er am hinteren Hoftor angebunden, während ihm selbst in der Küche ein Trunk gereicht wurde. Zu dieser leidigen Geschichte, die im Land viel Aufsehen erregte und im Munde der Leute eine abenteuerliche Gestalt gewann, kam noch ein anderer Unfall, der machte, dass meines Bleibens daheim nicht länger sein konnte. Ich ward auf eine Hochzeit nach Biel geladen, wo ich, da das Städtchen kaum eine Stunde entfernt lag, manche, wenn auch nur flüchtige Beziehungen hatte. Bei meiner ziemlich abgeschlossenen Lebensweise galte ich für stolz und mit meinen Gedanken in der nahen Zukunft, die mich, wenn auch in bescheidenster Stellung, in die großen Geschicke der protestantischen Welt verflechten sollte, konnte ich den inneren Händeln und dem Stadtklatsch der kleinen Republik Biel kein Interesse abgewinnen. So lächelte mir diese Einladung nicht besonders und nur das Drängen meines ebenso zurückgezogenen, doch dabei leutseligen Ohrheims bewog mich, der Einladung Folge zu leisten. Den Frauen gegenüber war ich schüchtern. Von kräftigem Körperbau und ungewöhnlicher Höhe des Wuchses, aber unschönen Gesichtszügen fühlte ich wohl, wenn ich mir davon auch nicht Rechenschaft gab, dass ich die ganze Summe meines Herzens auf eine Nummer zu setzen habe und die Gelegenheit dazu, so schwebte mir dunkel vor, musste sich in der Umgebung meines Helden finden. Auch stand bei mir fest, dass ein volles Glück mit vollem Einsatz, mit dem Einsatz des Lebens, wolle gewonnen sein. Unter meinen jugendlichen Bewunderungen nahm neben dem großen Admiral sein jüngerer Bruder Dandelot die erste Stelle ein, dessen weltkundige, stolze Brautfahrt meine Einbildungskraft entzündete. Seine Flamme, ein lotringisches Fräulein, hatte er vor den Augen seiner katholischen Todfeinde der Gwiesen aus ihrer Stadt Nancy weggeführt, in festlichem Zuge unter Drometenschall dem herzoglichen Schloss vorüberreitend. Etwas derartiges wünschte ich mir vorbestimmt. Ich machte mich also nüchternen und verdrossenen Herzens nach Biel auf den Weg. Man war höchst zuvorkommend gegen mich und gab mir meinen Platz an der Tafel neben einem liebenswürdigen Mädchen. Wie es schüchternen Menschen zu gehen pflegt, geriet ich, um jedem Verstummern vorzubeugen, in das entgegengesetzte Fahrwasser, und um nicht unhöflich zu erscheinen, machte ich meiner Nachbarin lebhaft den Hof. Uns gegenüber saß der Sohn des Schuldheißen, eines vornehmen Spätzereihändlers, der an der Spitze der aristokratischen Partei stand. Denn das kleine Biel hatte gleich größeren Republiken seine Aristokraten und Demokraten. Franz Godillard, so hieß der junge Mann, der vielleicht Absichten auf meine Nachbarin haben mochte, verfolgte unser Gespräch, ohne dass ich anfänglich dessen gewahr wurde, mit steigendem Interesse und feindseligen Blicken. Da fragte mich das hübsche Mädchen, wann ich nach Frankreich zu ziehen gedächte. Sobald der Krieg erklärt ist gegen den Bluthund Alba, erwiderte ich eifrig. Man dürfte von einem solchen Mann in weniger respektwidrigen Ausdrücken reden, warf mir Godillard über den Tisch zu. Ihr vergesst wohl, entgegnete ich, die misshandelten Niederländer. Kein Respekt ihrem Unterdrücker und wäre er der größte Feldherr der Welt. Er hat Rebellen gezüchtigt, war die Antwort, und ein heilsames Beispiel auch für unsere Schweiz gegeben. Rebellen, schrie ich und stürzte ein Glas feurigen Cortaio hinunter. So gut oder so wenig Rebellen als die Eidgenossen auf dem Rütli. Godillard nahm eine hochmütige Miene an, zog die Augenbrauen erst mit Wichtigkeit in die Höhe und versetzte dann grinsend. Untersuchte einmal ein gründlicher Gelehrter die Sache, wird es sich vielleicht weisen, dass die aufrührerischen Bauern der Waldstätte gegen Österreich schwer im Unrecht und offener Rebellion schuldig waren. Übrigens gehört das nicht hierher. Ich behaupte nur, dass es einem jungen Menschen ohne Verdienst, ganz abgesehen von jeder politischen Meinung übel ansteht, einen berühmten Kriegsmann mit Worten zu beschimpfen. Dieser Hinweis auf die unverschuldete Verzögerung meines Kriegsdienstes empörte mich aufs tiefste, die Galle lief mir über und »Ein Schurke« rief ich aus, wer den Schurkenalber in Schutz nimmt. Jetzt entstand ein sinnloses Getümmel, aus welchem Godillard mit zerschlagenem Kopf weggetragen wurde und ich mich mit blutender vom Wurf eines Glases zerschnittener Wange zurückzog. Am Morgen erwachte ich in großer Beschämung, voraussehend, dass ich, ein Verteidiger der evangelischen Wahrheit, in den Ruf eines Trunkenboldes geraten würde. Ohne langes Besinnen packte ich meinen Mantelsack, beurlaubte mich bei dem Oheim, dem ich mein Missgeschick andeutete und der nach einigem Hin- und Herreden sich damit einverstanden erklärte, dass ich den Ausbruch des Krieges in Paris erwarten möge, steckte eine Rolle Gold aus dem kleinen Erbe meines Vaters zu mir, bewaffnete mich, sattelte meinen Falben und machte mich auf den Weg nach Frankreich. 3 Ich durchzog ohne nennenswerte Abenteuer die Freigrafschaft und Burgund, erreichte den Lauf der Seen und näherte mich eines Abends den Türmern von Melin, die noch eine kleine Stunde entfernt liegen mochten, über denen aber ein schweres Gewitter hing. Ein Dorf durchreitend, das an der Straße lag, erblickte ich auf der steinernen Hausbank der nicht unansehnlichen Herberge zu den drei Lilien einen jungen Mann, welcher wie ich ein Reisender und ein Kriegsmann zu sein schien, dessen Kleidung und Bewaffnung aber eine Eleganz zeigte, von welcher meine schlichte kalvinistische Tracht gewaltig abstach. Da es in meinem Plan lag, vor Nacht Melin zu erreichen, erwiderte ich seinen Gruß nur flüchtig, ritt vorüber und glaubte noch den Ruf »Gute Reise, Landsmann« hinter mir zu vernehmen. Eine Viertelstunde trabte ich beharrlich weiter, während das Gewitter mir schwarz entgegenzog, die Luft unerträglich dumpf wurde und kurze heiße Windstöße den Staub der Straße in Wirbeln aufjagten, mein Ross schnaubte. Plötzlich fuhr ein blendender und krachender Blitzstrahl, wenige Schritte vor mir in die Erde. Der Fall bestieg, drehte sich und jagte in wilden Sprüngen gegen das Dorf zurück, wo es mir endlich unter strömendem Regen vor dem Tore der Herberge gelang, des geängsteten Tieres Herr zu werden. Der junge Gast erhob sich lächelnd von der durch das Vordach geschützten Steinbank, rief den Stallknecht, war mir beim Abschnallen des Mantelsacks behilflich und sagte, lasst es euch nicht reuen, hier zu nächtigen, ihr findet vortreffliche Gesellschaft. Daran zweifle ich nicht, versetzte ich grüßend. Ich spreche natürlich nicht von mir, fuhr er fort, sondern von einem alten ehrwürdigen Herrn, den die Wirtin Herr Parlamentsrat nennt, also ein hoher Würdeträger und von seiner Tochter oder Nichte einem ganz unvergleichlichen Fräulein öffnet dem Herrn ein Zimmer. Dies sprach er zu dem herantretenden Wirt und ihr, Herr Landsmann, kleidet euch rasch um und lasst uns nicht warten, Ihr nennt mich Landsmann, entgegnete ich französisch, wie er mich angeredet hatte. Woran erkennt ihr mich als solchen? An Haupt und Gliedern, versetzte er lustig. Vorerst seid ihr ein Deutscher und an eurem ganzen festen und gesetzten Wesen erkenne ich den Berner. Ich aber bin euer treuer Verbündeter von Friburg und nenne mich Wilhelm Bokar. Ich folgte dem voranschreitenden Wirt in die Kammer, die er mir anwies, wechselte die Kleider und stieg hinunter in die Gaststube, wo ich erwartet war. Bokar trat auf mich zu, ergriff mich bei der Hand und stellte mich einem ergrauten Herrn von feiner Erscheinung und einem schlanken Mädchen im Reitkleide vor mit den Worten Mein Kamerad und Landsmann? Dabei sah er mich dass ich die rede Es ist mir höchst angenehm erwiderte der alte Herr verbindlich mit einem jungen Bürger der berühmten Stadt zusammen zu treffen der meine Glaubensbrüder in Genf so viel zu danken haben Ich bin der Parlamentsrat Chatillon dem der Religionsfriede erlaubt nach seiner Vaterstadt Paris zurückzukehren Chatillon wiederholte ich in ehrfurchtsvoller Verwunderung Das ist der Familienname des großen Admirals Ich habe nicht die Ehre mit ihm verwandt zu sein versetzte der Parlamentsrat oder wenigstens nur ganz von fern Aber ich kenne ihn und bin ihm befreundet soweit es der Unterschied des Standes und des persönlichen Wertes gestattet Doch setzen wir uns meine Herrschaften Die Suppe dampft und der Abend bietet noch Raum genug zum Gespräch Ein Eichentisch mit gewundenen Füßen vereinigte uns an seinen vier Seiten Oben war dem Fräulein zu ihrer Rechten und Linken dem Rat und Bokar und mir am unteren Ende der Tafel das Gedeck gelegt Nachdem unter den üblichen Erkundigungen und Reisegesprächen das Mahl beendigt und zu einem bescheidenen Nachtisch das perlende Getränk der benachbarten Champagne aufgetragen war fing die Rede an zusammenhängender zu fließen Ich muss es an euch loben ihr Herren Schweizer begann der Rat dass ihr nach kurzen Kämpfen gelernt habt euch auf kirchlichem Gebiete friedlich zu vertragen das ist ein Zeichen von billigem Sinn und gesundem Gemüt und mein unglückliches Vaterland könnte sich an euch nur ein Beispiel nehmen Werden wir denn nie lernen dass sich die Gewissen nicht meistern lassen und und dass ein Protestant sein Vaterland so glühend lieben so mutig verteidigen und seinen Gesetzen so gehorsam sein kann als ein Katholik Ihr spendet uns zu reichliches Lob warf Bokar ein Freilich vertragen wir Katholiken und Protestanten uns im Staate leidlich aber die Geselligkeit ist durch die Glaubensspaltung völlig verdorben in früherer Zeit waren wir von Fribourg mit denen von Bern vielfach verschwägert das hat nun aufgehört und langjährige Bande sind zerschnitten auf der Reise fuhr er scherzend zu mir gewendet fort sind wir uns noch zuweilen behilflich aber zu Hause grüßen wir uns kaum lasst mich euch erzählen als ich auf Urlaub in Fribourg war ich diene unter den Schweizern seiner aller christlichsten Majestät wurde gerade die Milchmesse auf den Plafeier Alpen gefeiert wo mein Vater begütert ist und auch die Kirchberge von Bern ein Weitrecht besitzen das war ein trübsinniges Fest der Kirchberg hatte seine Töchter vier stattliche Bernerinnen mitgebracht die ich als wir Kinder waren auf der Alp alljährlich im Tanze schwenkte könnt ihr glauben dass nach beendigtem Ehrentanz die Mädchen mitten unter den läutenden Kühen ein theologisches Gespräch begannen und mich der ich mich nie viel um diese Dinge bekümmert habe einen Götzendiener und Christenverfolger schalten weil ich auf den Schlachtfeldern von Scharnack und Montcantour gegen die Huguenotten meine Pflicht getan Religions Religionsgespräche behandelt 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 sind seid davon überzeugt erwiderte Pokard nur dürft ihr nicht vergessen dass man das alte und hergebrachte in Staat und Kirche nicht grausam nennen darf wenn es sein Dasein mit allen Mitteln verteidigt was übrigens die Grausamkeit betrifft so weiß ich keine grausamere Religion als den Kalvinismus ihr denkt an Servais sagte der Rat mit leiser Stimme während sich sein Antlitz trübte ich dachte nicht an menschliche Strafgerichte versetzte Pokard sondern an die göttliche Gerechtigkeit wie sie der finstere neue Glaube verunstaltet wie gesagt ich verstehe nichts von der Theologie aber mein Ohm der Chorherr in Friburg ein glaubwürdiger und gelehrter Mann hat mich versichert es sei ein Satz das eh es Gutes oder Böses getan hat das Kind schon in der Wiege zur ewigen Seligkeit bestimmt oder der Hölle verfallen sei das ist zu schrecklich um wahr zu sein und doch ist es wahr sagte ich des Unterrichts meines Pfarrers mich erinnernd schrecklich oder nicht es ist logisch logisch fragte Pokard was ist logisch was sich nicht selbst widerspricht ließ ich Ratvernehmen den mein Eifer zu belustigen schien die Gottheit ist allwissend und allmächtig fuhr ich mit Siegesgewissheit fort was sie voraussieht und nicht hindert ist ihr Wille demnach ist allerdings unser Schicksal schon in der Wiege entschieden ich würde euch das gern umstoßen sagte Pokard wenn ich mich jetzt nur auf das Argument meines Oh Heims besinnen könnte denn er hatte ein treffliches Argument dagegen ihr tätet mir einen gefallen meinte der Rat wenn es euch gelänge euch dieses trefflichen Argument zu erinnern der Friburger schenkte sich den Becher voll leerte ihn langsam und schloss die Augen nach einigem besinnen sagte er heiter wenn die Herrschaften geruhen mir nichts einzuwerfen und mich meine Gedanken ungestört entwickeln zu lassen so hoffe ich nicht übel zu bestehen angenommen also Herr Schadau ihr wäret von eurer kalvinistischen Vorsehung seit der Wiege zur Hölle verdammt doch bewahre mich Gott vor solche Unhöflichkeit gesetzt denn ich wäre im Voraus verdammt aber ich bin ja Gott sei Dank kein Kalvinist hierauf nahm er einige Krumern des vortrefflichen Weizenbrotes formte sie mit den Fingern zu einem Männchen das er auf seinen Teller setzte mit den Worten hier steht ein von Geburt an zur Hölle verdammter Kalvinist nun gebt acht Schadau glaubt ihr an die zehn Gebote wie her fuhr ich auf nun man darf doch fragen ihr protestanten habt so manches alte abgeschafft also Gott befiehlt diesem Kalvinisten tue das unterlasse jenes ist solches Gebot nun nicht eitel böses Blendwerk wenn der Mann zum Voraus bestimmt ist das Gute nicht tun zu können und das Böse tun zu müssen und einen solchen Unsinn mutet ihr der höchsten Weisheit zu nichtig ist das wie dies Gebilde meiner Finger und er schnellte das Brotmännchen in die Höhe nicht übel meinte der Rat Während Bokard seine innere Genugtuung zu verbergen suchte musterte ich eilig meine Gegengründe aber ich wusste in diesem Augenblicke nichts Triftiges zu antworten und sagte mit einem Anflug unmutiger Beschämung das ist ein dunkler schwerer Satz der sich nicht leicht hin erörtern lässt übrigens ist seine Behauptung nicht unentbehrlich um den Papismus zu verwerfen dessen augenfällige Missbräuche ihr Bokard nicht leugnen könnt denkt an die Unsitten der Pfaffen es gibt schlimme Vögel unter ihnen nickte Bokard der blinde Autoritäts glaube ist eine Wohltat für menschliche Schwachheit unterbrach er mich muss es doch in Staat und Kirche wie in dem kleinsten Rechtshandel eine letzte Instanz geben bei der man sich beruhigen kann die wundertätigen Reliquien heilten der Schatten Sankt Petri Sankt Pauli Kranke versetzte Bokard mit großer Gelassenheit warum sollten nicht auch die Gebeine der heiligen Wunder wirken dieser alberne Mariendienst kaum war das Wort ausgesprochen so veränderte sich das helle Angesicht des Friburgers das Blut stieg ihm mit Gewalt zu Haupt der Zornrot sprang er vom Sessel auf legte die Hand an den Degen und rief mir zu wollt ihr mich persönlich beleidigen ist das eure Absicht so zieht auch das Fräulein hatte sich bestürzt von seinem Sitze erhoben und der Rat streckte beschwichtigend beide Hände nach dem Friburger aus ich erstaunte ohne die Fassung zu verlieren über die ganz unerwartete Wirkung meiner Worte von einer persönlichen Beleidigung kann nicht die Rede sein sagte ich ruhig wie konnte ich ahnen dass ihr Bokar der in jeder Äußerung den Mann von Welt und Bildung bekundet und der wie ihr selbst sagt so gelassen über religiöse Dinge denkt in diesem einzigen Punkt eine solche Leidenschaft an den Tag legen würdet so wisset ihr denn nicht Schadau was im ganzen Gebiet von Friburg und weit darüber hinaus bekannt ist dass unsere liebe Frau von Einsiedeln ein Wunder an mir unwürdigen getan hat Nein wahrlich nicht erwiderte ich setzt euch lieber Bokar und erzählt uns das Nun die Sache ist weltkundig und abgemalt auf einer Votivtafel im Kloster selbst In meinem dritten Jahre befiel mich eine schwere Krankheit und ich blieb in Folge derselben an allen Gliedern gelähmt Alle erdenklichen Mittel wurden vergeblich angewendet aber kein Arzt wusste Rat Endlich tat meine liebe gute Mutter Barfuß für mich eine Wallfahrt nach Einsiedeln und siehe da es geschah ein Gnadenwunder von Stund an ging es besser mit mir ich erstarkte und gedieh und bin heute wie ihr seht ein Mann von gesunden und geraden gliedern nur der guten Dame von Einsiedeln danke ich es wenn ich heute meiner Jugend froh bin und nicht als ein unnützer freudeloser Krüppel mein Herz in Gram verzehre so werdet ihr es begreifen liebe Herren und natürlich finden dass ich meiner Helferin zeitlebens zu Dank verbunden und herzlich zugetan bleibe mit diesen Worten sogar eine seidene Schnur die er um den Hals trug und an der ein Medaillon hing aus dem Wams hervor und küsste es mit Inbrunst Herr Chatillon der ihn mit einem seltsamen Gemisch von Spott und Rührung betrachtete begann nun in seiner verbindlichen Weise aber glaubt ihr wohl Herr Bocard dass jede Madonna diese glückliche Kur an euch hätte verrichten können nicht doch versetzte Bocard lebhaft die meinigen versuchten es an manchem Gnaden Orte bis sie an die rechte Pforte klopften die liebe Frau von Einsiedeln ist eben einzig in ihrer Art nun fuhr der alte Franzose lächelnd fort so wird es leicht sein euch mit eurem Landsmanne zu versöhnen wenn dies bei eurem wohlwollenden Gemüt und heitern naturell wovon ihr uns allen schon Proben gegeben habt noch notwendig sein sollte Herr Schadau wird seinem harten Urteil über den Mariendienst in Zukunft nicht vergessen die Klausel anzuhängen mit ehrenvoller Ausnahme der lieben Frau von Einsiedeln dazu dazu ich gerne bereit sagte ich auf den Ton des alten Herrn eingehend freilich nicht ohne eine innere Wallung gegen seinen Leichtsinn da ergriff der gutmütige Pokar meine Hand und schüttelte sie treuherzig das Gespräch nahm eine andere Wendung und bald erhob sich der junge Friburger gute Nacht wünschend und sich beurlaubend da er morgen in der ersten Frühe aufzubrechen Hin- und Herreden ein Ende genommen hatte richtete ich meine Blicke aufmerksamer auf das junge Mädchen das unserem Gespräch stillschweigend mit großer Spannung gefolgt war und erstaunte über ihre Unähnlichkeit mit ihrem Vater oder Ohheim der alte Rat hatte ein feingeschnittenes fast furchtsames Gesicht welches kluge dunkle Augen bald wehmütig bald spöttisch immer geistvoll beleuchteten die junge Dame dagegen war blond und ihr unschuldiges aber entschlossenes Antlitz beseelten wunderbar strahlende blaue Augen Darf ich euch fragen junger Mann begann der Parlamentsrat was euch nach Paris führt wir sind Glaubensgenossen und wenn ich euch einen Dienst leisten kann so verfügt über mich Herr erwiderte ich als ihr den Namen Chatillon ausspracht geriet mein Herz in Bewegung ich bin ein Soldatenkind und will den Krieg mein väterliches Handwerk erlernen ich bin ein eifriger Protestant und möchte für die gute Sache so viel tun als in meinen Kräften steht diese beiden Ziele habe ich erreicht wenn mir vergönnt ist unter den Augen des Admirals zu dienen und zu fechten könnt ihr mir dazu verhelfen so erweist ihr mir den größten Dienst jetzt öffnete das Mädchen den Mund und fragte habt ihr denn eine so große Verehrung für den Herrn Admiral er ist der erste Mann der Welt antwortete ich feurig nun Gaspart fiel der Alte ein bei so vortrefflichen Gesinnungen dürftest du für den jungen Herrn ein Fürwort bei deinem Paten einlegen warum nicht sagte Gaspart ruhig wenn er so brav ist wie er das Aussehen hat ob aber mein Fürwort fruchten wird das ist die Frage der Herr Admiral ist jetzt am Vorabend des flandrischen Krieges vom Morgen bis in die Nacht in Anspruch genommen belagert ruhelos und ich weiß nicht ob nicht schon alle Stellen vergeben sind über dir zu verfügen hat bringt ihr nicht eine Empfehlung mit die besser wäre als die meinige der Name meines Vaters versetzte ich etwas eingeschüchtert vielleicht dem Admiral nicht unbekannt jetzt fiel mir aufs Herz wie schwer es dem unempfohlenen Fremdling werden könnte bei dem großen Feldherrn Zutritt zu erlangen und ich fuhr niedergeschlagen fort ihr habt recht Fräulein ich fühle dass ich ihm wenig bringe ein Herz und einen Degen wie er über deren Tausende gebietet lebte nur sein Bruder Dandelot noch der stünde mir näher an den würde ich mich wagen war er doch von Jugend auf in allen Dingen mein Vorbild kein Feldherr aber ein tapferer Krieger kein Staatsmann aber ein standhafter Parteigenosse kein Heiliger aber ein warmes treues Herz während 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 diese Worte sprach begann Fräulein Gaspard zu meinem Erstaunen erst leise zu erröten und ihre mir rätselhafte Verlegenheit steigerte sich bis sie mit Rot wie übergossen war auch der alte Herr wurde sonderbarerweise verstimmt und sagte spitz was werdet ihr wissen ob Herr Dandelot ein Heiliger war oder nicht doch ich bin schläfrig heben wir die Sitzung auf kommt ihr nach Paris Herr Schadau so beehrt mich mit eurem Besuch ich wohne auf der Insel St. Louis morgen werden wir uns wohl nicht mehr sehen wir halten Rast und bleiben jetzt aber schreibt mir noch euren Namen in diese Brieftasche so gehabt euch wohl gute Nacht 4 am zweiten Abend nach diesem Zusammentreffen ritt ich durch das Tor Saint-Honoré in Paris ein und klopfte müde wie ich war an die Pforte der nächsten kaum hundert Schritte vom Tor entfernten Herberge die erste Woche verging mir in der Betrachtung der mächtigen Stadt und im vergeblichen Aufsuchen eines Waffengenossen meines Vaters dessen Tod ich erst nach mancher Anfrage in Erfahrung brachte am achten Tage machte ich mich mit pochendem Herzen auf den Weg nach der Wohnung des Admirals die mir unfern vom Louvre in einer engen Straße gewiesen wurde es war ein finsteres altertümliches Gebäude und der Pförtner empfing mich unfreundlich ja misstrauisch ich musste meinen Namen auf ein Stück Papier schreiben das er zu seinem Herrn trug dann wurde ich eingelassen und trat durch ein großes Vorgemach das mit vielen Menschen gefüllt war Kriegern und Hofleuten die den durch ihre Reihen gehenden mit scharfen Blicken musterten in das kleine Arbeitszimmer des Admirals er war mit Schreiben beschäftigt und winkte mir zu warten während er einen Brief beendigte ich hatte Musse sein Antlitz welches sich mir durch einen gelungenen ausdrucksvollen Holzschnitt der bis in die Schweiz gelangt war unauslöschlich eingeprägt mit Rührung zu betrachten der ich ich weiß ich weiß ich weiß euch her führt sagte er ihr wollt der guten Sache dienen bricht der Krieg aus so gebe ich euch eine Stelle in meiner deutschen Reiterei inzwischen seid ihr der federmächtig ihr versteht deutsch und französisch ich verneigte mich bejahend inzwischen will ich euch in meinem Kabinett beschäftigen ihr könnt mir nützlich sein so seid mir denn willkommen ich erwarte euch morgen um die achte Stunde seid pünktlich nun entließ er mich mit einer Handbewegung und wie ich mich vor ihm verbeugte fügte er mit großer Freundlichkeit bei vergesst nicht den Rat Châtillon zu besuchen mit dem ihr unterwegs bekannt geworden seid als ich wieder auf der Straße war und dem erlebten nachsinnend den Weg nach meiner Herberge einschlug wurde mir klar dass ich für den Admiral kein Unbekannter mehr war und ich zu verdanken hatte die Freude an ein ersehntes Ziel das mir schwer zu erreichen schien so leicht gelangt zu sein war mir von guter Vorbedeutung für meine beginnende Laufbahn und die Aussicht unter den Augen des Admirals zu arbeiten gab mir ein Gefühl von eigenem Wert das ich bisher noch nicht gekannt hatte alle diese glücklichen Gedanken traten aber fast gänzlich zurück vor etwas das mich zugleich anmutete und quälte lockte und beunruhigte etwas unendlich fragwürdigem von dem ich mir durchaus keine Rechenschaft zu geben wusste jetzt nach langem vergeblichen suchen wurde es mir plötzlich klar es waren die Augen des Admirals die mir nachgingen und warum verfolgten sie mich weil es ihre Augen waren kein Vater keine Mutter konnten ihrem Kind getreuer diesen Spiegel der Seele vererben ich geriet in eine unsagbare Verwirrung sollten konnten ihre Augen von den seinigen abstammen war das möglich nein ich hatte mich getäuscht meine Einbildungskraft hatte mir eine Tücke gespielt und um diese Gauklerin durch die Wirklichkeit zu widerlegen beschloss ich eilig in meine Herberge zurückzukehren und dann auf der Insel St. Louis meine Bekannten von den drei Lilien aufzusuchen Als ich eine Stunde später das hohe schmale Haus des Parlamentsrats betrat das dicht an der Brücke Saint-Michel gelegen auf der einen Seite in die Wellen der Seine auf der anderen über eine Seitengasse hinweg in die gotischen Fenster einer kleinen Kirche blickte fand ich die Türen des unteren Stockwerks verschlossen und als ich das zweite betrat stand ich unversehens vor Gaspard die an einem offenen Schranke beschäftigt schien wir haben euch erwartet begrüßte sie mich und ich will euch zu meinem umführen der sich freuen wird euch zu sehen der alte saß behaglich im lehnstuhl einen großen folianten durchblätternd den er auf die dazu eingerichtete seitenlehne stützte das weite gemach war mit büchern gefüllt die in schön geschnitzten eichenschränken standen statuetten münzen kupferstiche bevölkerten jedes an der geeigneten stelle diese friedliche gedanken stätte der gelehrte herr hieß mich ohne sich zu erheben einen sitz an seine seite rücken grüßte mich als alten bekannten und vernahm mit sichtlicher freude den bericht über meinen eintritt in die bedienung des admirals gebe gott dass es ihm diesmal gelinge sagt er uns evangelischen die wir leider am ende doch nur eine minderheit unter der bevölkerung unserer heimat sind ohne verruchten bürgerkrieg luft zu schaffen zwei wege entweder auswandern über den ozean in das von kolumbus entdeckte land diesen gedanken hat der admiral lange jahre in seinem gemüte bewegt und hätten sich nicht unerwartete hindernisse dagegen erhoben wer weiß oder das nationalgefühl entflammern und einen großen der menschheit heilbringenden auswärtigen krieg führen wo katholik und hugenot seite an seite fechtend in der vaterlandsliebe zu brüdern werden und ihren religionshass verlernen könnten das will der admiral jetzt und mir dem manne des friedens brennt der boden unter den füßen bis der krieg erklärt ist die niederlande vom spanischen joche befreiend werden unsere katholiken widerwillig in die strömung der freiheit gerissen werden aber es eilt glaubt mir schadau über paris brütet eine dumpfe luft die gewiesen suchen einen krieg zu vereiteln der den jungen könig selbstständig und sie entbehrlich machen würde die königin mutter ist zweideutig durchaus keine Teufelin wie die heiß sporne unserer Partei sie schildern aber sie windet sich durch von heute auf morgen selbstsüchtig nur auf das Interesse ihres Hauses bedacht gleichgültig gegen den Ruhm Frankreichs ohne Sinn für Gutes und Böses hält sie das entgegengesetzte in ihren Händen und der Zufall kann die Wahl entscheiden feig und unberechenbar wie sie ist wäre sie freilich fähig nun liegt der Schwerpunkt in dem Wohlwollen des jungen Königs für Colligny und dieser König hier seufzte Chatillon nun ich will eurem Urteil nicht vorgreifen da er den Admiral nicht selten besucht so werdet ihr mit eigenen Augen sehen der Greis schaute vor sich hin dann plötzlich den Gegenstand des Gesprächs wechselnd und den Titel des Folianten aufblätternd frug er mich wisst ihr was ich da lese seht einmal ich las in lateinischer Sprache die Geografie des Ptolemäus herausgegeben von Michael Servedo Doch doch nicht der in Genf verbrannte Ketzer frug ich bestürzt kein anderer er war ein trefflicher gelehrter ja soweit ich es beurteilen kann ein genialer Kopf dessen Ideen in der Naturwissenschaft vielleicht später mehr Glück machen werden als seine theologischen Grübeleien hättet ihr ihn auch verbrannt wenn ihr im Genferrat gesessen hättet Gewiss Herr antwortete ich mit Überzeugung Bedenkt nur das eine Was war die gefährlichste Waffe mit welcher die Papisten unseren Calvin bekämpften Sie warfen ihm vor seine Lehre sei Gottes Leugnung Nun kommt ein Spanier nach Genf nennt sich Calvins Freund veröffentlicht Bücher in welchen er die Dreieinigkeit leugnet wie wenn das nichts auf sich hätte und missbraucht die evangelische Freiheit war es nun Calvin nicht den tausenden und tausenden schuldig die für das reine Wort litten und bluteten diesen falschen Bruder vor den Augen der Welt aus der evangelischen Kirche zu stoßen und dem weltlichen Richter zu überliefern damit keine Verwechslung zwischen uns und ihm möglich sei und wir nicht unschuldiger weise fremder Gottlosigkeit geziehen werden Châtillon lächelte wehmütig und sagte Da ihr euer Urteil über Servedo so trefflich begründet habt müsst ihr mir schon den Gefallen tun diesen Abend bei mir zu bleiben Ich führe euch an ein Fenster das auf die Laurentius Kapelle hinüberschaut die an Nachbarschaft wir uns hier erfreuen und wo der berühmte Franziskaner Panigarola heute Abend predigen wird da werdet ihr vernehmen wie man euch das Urteil spricht der Pater ist ein gewandter Logiker und ein feuriger Redner ihr werdet keines seiner Worte verlieren und eure Freude dran haben Ihr wohnt noch im Wirtshaus ich muss euch doch für ein dauerndes Obdach sorgen Was rätst du Gaspard warnte er sich an diese die eben eingetreten war Gaspard antwortete heiter Der Schneider Gilber unser Glaubensgenosse der eine zahlreiche Familie zu ernähren hat wäre wohl froh und hoch geehrt wenn er dem Herrn Schada aus sein bestes Zimmer abtreten dürfte und das hätte noch das Gute dass der redliche aber furchtsame Christ unseren evangelischen Gottesdienst wieder zu besuchen wagte von diesem tapfern Kriegsmann begleitet ich gehe gleich hinüber und will ihm den Glücksfall verkündigen damit eilte die Schlanke weg so kurz ihre Erscheinung gewesen war hatte ich doch aufmerksam forschend in ihre Augen geschaut und ich geriet in neues Staunen von einer unwiderstehlichen Gewalt getrieben mir ohne Aufschub dieses Rätsels Lösung zu verschaffen kämpfte ich nur mit Mühe eine Frage nieder die gegen allen Anstand verstoßen hätte da kam mir der alte selbst zu Hilfe in dem er spöttisch fragte was findet ihr besonderes an dem Mädchen dass ihr es so starr betrachtet etwas sehr besonderes erwiderte ich entschlossen die wunderbare Ähnlichkeit ihrer Augen mit denen des Admirals wie wenn er eine Schlange berührt hätte fuhr der Rat zurück und sagte gezwungen lächelnd gibt es keine Naturspiele Herr Schadau wollt ihr dem Leben verbieten ähnliche Augen hervorzubringen ihr habt mich gefragt was ich besonderes an dem Fräulein finde versetzte ich kaltblütig diese Frage habe ich beantwortet erlaubt mir eine Gegenfrage da ich hoffe euch weiterhin besuchen zu dürfen der ich mich von eurem wohlwollen und von eurem überlegenen geiste angezogen fühle wie wünscht ihr dass ich fortan dieses schöne Fräulein begrüße ich weiß dass sie von ihrem Paten Colin Jieden Namen Gaspar führt aber ihr habt mir noch nicht gesagt ob ich die Gunst habe mit eurer Tochter oder mit einer eurer Verwandten zu sprechen wenn sie wie ihr wollt murmelte der alte verdrieslich und fing wieder an in der Geografie des Ptolemäus zu blättern durch dies absonderliche Benehmen ward ich in meiner Vermutung bestärkt dass hier ein Dunkel wallte und begann die kühnsten Schlüsse zu ziehen in der kleinen Druckschrift die der Admiral über seine Verteidigung von Saint-Quentin veröffentlicht hatte und die ich auswendig wusste schloss er ziemlich unvermittelt mit einigen geheimnisvollen Worten worin er seinen Übertritt zum Evangelium andeutete hier war von der Sündhaftigkeit der Welt die Rede an welcher er bekannte auch selber teilgenommen zu haben konnte nun Gaspards Geburt nicht im Zusammenhang gestehen mit diesem vor evangelischen Leben so streng ich sonst in solchen Dingen dachte hier war mein Eindruck ein anderer es lag mir diesmal ferne einen Fehltritt zu verurteilen der mir die unglaubliche Möglichkeit auftat mich der Blutsverwandten des erlauchten Helden zu nähern wer weiß vielleicht um sie zu werben Hier erhob er sich wie unwillig und schritt das Gemach auf und nieder, dann, plötzlich, den Ton wechselnd, blieb er dicht vor mir stehen, indem er mich bei der Hand fasste. »Junger Freund«, sagte er, »in dieser schlimmen Zeit, wo wir Evangelischen aufeinander angewiesen sind und uns wie Brüder betrachten sollten, wächst das Vertrauen geschwind, es darf keine Wolke zwischen uns sein. Ihr seid ein braver Mann, und Gaspard ist ein Liebeskind. Gott verhüte, dass etwas Verdecktes eure Begegnung unlauter mache. Ihr könnt schweigen, das traue ich euch zu, auch ist die Sache ruchbar und könnte euch aus hämischem Munde zu Ohren kommen, so hört mich an. Gaspard ist weder meine Tochter noch meine Nichte, aber sie ist bei mir aufgewachsen und gilt als meine Verwandte. Ihre Mutter, die kurze Zeit nach der Geburt dieses Kindes starb, war die Tochter eines deutschen Reiteroffiziers, den sie nach Frankreich begleitet hatte. Gaspards Vater aber, hier dämpfte er die Stimme, ist Dandelot, des Admirals jüngerer Bruder, dessen wunderbare Tapferkeit und frühes Ende euch nicht unbekannt sein wird. Jetzt wisst ihr genug. Begrüßt Gaspard als meine Nichte, ich liebe sie wie mein eigenes Kind. Im Übrigen haltet reinen Mund und begegnet ihr unbefangen. Er schwieg, und ich brach das Schweigen nicht, denn ich war ganz erfüllt von der Mitteilung des alten Herrn. Jetzt wurden wir, uns beiden nicht unwillkommen, unterbrochen und zum Abendtisch gerufen, wo mir die holzselige Gaspard den Platz an ihrer Seite anwies. Als sie mir den vollen Becher reichte und ihre Hand die meinige berührte, durchrieselte mich ein Schauer, das in diesen jungen Adern das Blut meines Helden rinne. Auch Gaspard fühlte, dass ich sie mit anderen Augen betrachte als kurz vorher. Sie sann, und ein Schatten der Befremdung glitt über ihre Stirne, die aber schnell wieder hell wurde, als sie mir fröhlich erzählte, wie hoch sich der Schneider Gilbert geehrt fühle, mich zu beherbergen. Es ist wichtig, sagte sie scherzend, dass ihr einen christlichen Schneider an der Hand habt, der euch die Kleider streng nach hugenottischem Schnitte verfertigt. Wenn euch Pate Colligny, der jetzt beim König so hoch in Gunsten steht, bei Hofe einführt und die reizenden Fräulein der Königin Mutter euch umschwärmen, da wäret ihr verloren, wenn nicht eure ernste Tracht sie gebührend in Schranken hielte. Während dieses heiteren Gespräches vernahmen wir über die Gasse von Pausen unterbrochen, bald langgezogene, bald heftig ausgestoßene Töne, die den verwehten Bruchstücken eines rednerischen Vortrags glichen, und als bei einem zufälligen Schweigen ein Satz fast unverletzt an unser Ohr schlug, erhob sich Herr Chatillon unwillig. »Ich verlasse euch«, sagte er, »der grausame Hans Wurst da drüben verjagt mich.« Mit diesen Worten ließ er uns allein. »Was bedeutet das?«, fragte ich Gaspard. »Ei«, sagte sie, »in der Laurentiuskirche drüben predigt Pater Panigarola. Wir können von unserem Fenster mitten in das andächtige Volk hineinsehen und auch den wunderlichen Pater erblicken. Denn Oheim empört sein Gerede, mich langweilt der Unsinn. Ich höre gar nicht hin. Habe ich ja Mühe, in unserer evangelischen Versammlung, wo doch die lautere Wahrheit gepredigt wird, mit Andacht und Erbauung, wie es dem heiligen Gegenstande geziemt, bis ans Ende aufzuhorchen. Wir waren unterdessen ans Fenster getreten, das Gaspard ruhig öffnete. Es war eine laue Sommernacht und auch die erleuchteten Fenster der Kapelle standen offen. Im schmalen Zwischenraume hoch über uns flimmerten Sterne. Der Pater auf der Kanzel, ein junger, blasser Franziskanermönch mit südlich feurigen Augen und zuckerndem Minenspiel, gebärdete sich so seltsam heftig, dass er mir erst ein Lächeln abnötigte, bald aber nahm seine Rede, von der mir keine Silbe entging, meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. »Christen!« rief er. »Was ist die Duldung, welche man von uns verlangt? Ist sie christliche Liebe? Nein!« »Sage ich dreimal nein!« »Sie ist eine fluchwürdige Gleichgültigkeit gegen das Los unserer Brüder.« »Was würdet Ihr von einem Menschen sagen, der einen anderen am Rande des Abgrunds schlummern sähe und ihn nicht weckte und zurückzöge? Und doch handelt es sich in diesem Falle nur um Leben und Sterben des Leibes. Um wie viel weniger dürfen wir, wo ewiges Heil oder Verderben auf dem Spiele steht, ohne Grausamkeit unseren Nächsten seinem Schicksal überlassen? Wie? Es wäre möglich, mit den Ketzern zu wandeln und zu handeln, ohne den Gedanken auftauchen zu lassen, dass ihre Seelen in tödlicher Gefahr schweben? Gerade unsere Liebe zu ihnen gebietet uns, sie zum Heil zu überreden und sind sie störrisch zum Heil zu zwingen und sind sie unverbesserlich, sie auszurotten, damit sie nicht durch ihr schlechtes Beispiel ihre Kinder, ihre Nachbarn, ihre Mitbürger in die ewigen Flammen mitreißen. Denn ein christliches Volk ist ein Leib, von dem geschrieben steht, wenn dich dein Auge ärgert, so reiße es aus, wenn dich deine rechte Hand ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn siehe, es ist dir besser, dass eines deiner Glieder verderbe, als dass dein ganzer Leib in das nie verlöschende Feuer geworfen werde. Dies ungefähr war der Gedankengang des Paters, den er aber mit einer leidenschaftlichen Rhetorik und mit ungezügelten Gebärden zu einem wilden Schauspiel verkörperte. War es nun die Ansteckung des Fanatismus oder das grelle von oben fallende Lampenlicht, die Gesichter der Zuhörer nahmen einen so verzerrten und wie mir schien blutdürstigen Ausdruck an, dass mir auf einmal klar wurde, auf welchem Vulkan wir Huguenotten in Paris stünden. Gaspard wohnte der unheimlichen Szene fast gleichgültig bei und richtete ihr Auge auf einen schönen Stern, der über dem Dache der Kapelle mild leuchtend aufstieg. Nachdem der Italiener seine Rede mit einer Handbewegung geschlossen, die mir eher einer Fluchgebärde als einem Segen zugleichen schien, begann das Volk in dichtem Gedränk aus der Pforte zu strömen, an deren beiden Seiten zwei große brennende Pechfackeln in eiserne Ringe gesteckt wurden. Ihr blutiger Schein beleuchtete die Heraustretenden und erhellte zeitweise auch Gaspards Antlitz, die das Volksgewühle mit Neugierde betrachtete, während ich mich in den Schatten zurückgelehnt hatte. Plötzlich sah ich sie erblassen, dann flammte ihr Blick empört auf und als der meinige ihm folgte, sah ich einen hohen Mann in reicher Kleidung ihr mit halb herablassender, halb gieriger Gebärde einen Kuss zuwerfen. Gaspard bebte vor Zorn. Sie ergriff meine Hand und indem sie mich an ihre Seite zog, sprach sie mit vor Erregung zitternder Stimme in die Gasse hinunter. Du beschimpfst mich, Memme, weil du mich schutzlos glaubst. Du irrst dich. Hier steht einer, der dich züchtigen wird, wenn du noch einen Blick wagst. Hohnlachend schlug der Kavalier, der, wenn nicht ihre Rede, doch die ausdrucksvolle Gebärde verstanden hatte, seinen Mantel um die Schulter und verschwand in der strömenden Menge. Gaspards Zorn löste sich in einen Tränenstrom auf und sie erzählte mir schluchzend, wie dieser Elende, der zu dem Hofstaate des Herzogs von Anjou, des königlichen Bruders, gehörte, schon seit dem Tage ihrer Ankunft sie auf der Straße verfolge, wenn sie einen Ausgang wage und sich sogar durch das Begleit ihres Ohrheims nicht abhalten lasse, ihr freche Grüße zuzuwerfen. Ich mag dem lieben Ohm bei seiner erregbaren und etwas ängstlichen Natur nichts davon sagen, es würde ihn beunruhigen, ohne dass er mich beschützen könnte, ihr aber seid jung und führt einen Degen, ich zähle auf euch. Die Unziemlichkeit muss um jeden Preis ein Ende nehmen. Nun lebt wohl, mein Ritter, fügte sie lächelnd hinzu, während ihre Tränen noch flossen und vergesst nicht, meinem Ohrheim gute Nacht zu sagen. Ein alter Diener leuchtete mir in das Gemach seines Herrn, bei dem ich mich beurlaubte. Ist die Predigt vorüber? fragte der Rat. In jüngeren Jahren hätte mich das Fratzenspiel belustigt, jetzt aber, besonders seit ich in Niem, wo ich das letzte Jahrzehnt mit Gaspard zurückgezogen gelebt habe, im Namen Gottes Mord und Auflauf anstiften sah, kann ich keinen Volkshaufen um einen aufgeregten Pfaffen versammelt sehen, ohne die Beängstigung, dass sie nun gleich etwas Verrücktes oder Grausames unternehmen werden. Es fällt mir auf die Nerven. Als ich die Kammer meiner Herberge betrat, warf ich mich in den alten Lehnstuhl, der außer einem Feldbette ihre ganze Bequemlichkeit ausmachte. Die Erlebnisse des Tages arbeiteten in meinem Kopfe fort und an meinem Herzen zehrte es wie eine zarte, aber scharfe Flamme. Die Turmuhr eines nahen Klosters schlug Mitternacht, meine Lampe, die ihr Öl aufgebraucht hatte, erlosch, aber taghell war es in meinem Innern. Dass ich Gaspards Liebe gewinnen könne, schien mir nicht unmöglich. Schicksal, dass ich es musste, und Glück, mein Leben dafür einzusetzen. 5. Am nächsten Morgen zur anberaumten Stunde stellte ich mich bei dem Admiral ein und fand ihn in einem abgegriffenen Taschenbuche blätternd. Dies sind, begann er, meine Aufzeichnungen aus dem Jahr 57, in welchen mich Saint-Quentin verteidigte und mich dann den Spaniern ergeben musste. Da steht unter den tapfersten meiner Leute mit einem Kreuze bezeichnet der Name Sadov. Mir dünkt, es war ein Deutscher. Sollte dieser Name mit dem Eurigen derselbe sein? Kein anderer als der Name meines Vaters. Er hatte die Ehre, unter euch zu dienen und vor euren Augen zu fallen. Nun denn, fuhr der Admiral fort, das bestärkt mich in dem Vertrauen, das ich in euch setze. Ich bin von Leuten, mit denen ich lange zusammenlebte, verraten worden. Euch traue ich auf den ersten Anblick und ich glaube, er wird mich nicht betrügen. Mit diesen Worten ergriff er ein Papier, das mit seiner großen Handschrift von oben bis unten bedeckt war. Schreibt mir das ins Reine und wenn ihr euch daraus über manches unterrichtet, das euch das Gefährliche unserer Zustände zeigt, so lasst es euch nicht anfechten. Alles Große und Entscheidende ist ein Wagnis, setzt euch und schreibt. Was mir der Admiral übergeben hatte, war ein Memorandum, das er an den Prinzen von Oranien richtete. Mit steigendem Interesse folgte ich dem Gange der Darstellung, die mit der größten Klarheit, wie sie dem Admiral eigen war, sich über die Zustände von Frankreich verbreitete. Den Krieg mit Spanien um jeden Preis und ohne jeden Aufschub herbeizuführen, dies, schrieb der Admiral, ist unsere Rettung. Alba ist verloren, wenn er von uns und von euch zugleich angegriffen wird. Mein Herr und König will den Krieg, aber die Gwiesen arbeiten mit aller Anstrengung dagegen. Die katholische Meinung, von ihnen aufgestachelt, hält die französische Kriegslust im Schach und die Königin Mutter, welche den Herzog von Anjou, dem König auf unnatürliche Weise vorzieht, will nicht, dass dieser ihren Liebling verdunke, indem er sich im Feld auszeichnet, wonach mein Herr und König Verlangen trägt und was ich ihm als treuer Untertan gönne und so viel an mir liegt, verschaffen möchte. Mein Plan ist folgender. Eine hugenottische Freischar ist in diesen Tagen in Flandern eingefallen. Kann sie sich gegen Alba halten? Und dies hängt zum großen Teil davon ab, dass ihr gleichzeitig den spanischen Feldherrn von Holland her angreift? So wird dieser Erfolg den König bewegen, alle Hindernisse zu überwinden und entschlossen vorwärts zu gehen. Ihr kennt den Zauber eines ersten Gelingens. Ich war mit dem Schreiben zu Ende, als ein Diener eintrat und dem Admiral etwas zuflüsterte. Ehe dieser Zeit hatte, sich von seinem Sitze zu erheben, trat ein sehr junger Mann von schlanker, kränklicher Gestalt, heftig erregt ins Gemach und eilte mit den Worten auf ihn zu. Guten Morgen, Väterchen, was gibt es Neues? Ich verreite auf einige Tage nach Fontainebleu. Habt ihr Nachricht aus Flandern? Jetzt wurde er meiner Gewahr und auf mich hindeutend frug er herrisch, Wer ist der da? Mein Schreiber, siehe, der sich gleich entfernen wird, wenn Eure Majestät es wünscht. Weg mit ihm, rief der junge König. Ich will nicht belauscht sein, wenn ich Staatsgeschäfte behandle. Vergesst ihr, dass wir von Spähern umstellt sind. Ihr seid zu arglos, lieber Admiral. Jetzt warf er sich in einen Lehnstuhl und starrte in Leere. Dann, plötzlich aufspringend, klopfte er Colligny auf die Schulter und als hätte er mich, dessen Entfernung er eben gefordert vergessen, brach er in die Worte aus. Bei den Eingeweiden des Teufels, wir erklären seiner katholischen Majestät nächstens den Krieg. Nun aber schien er wieder in den früheren Gedankengang zurückzufallen, denn er flüsterte mit geängstigter Miene. Neulich noch erinnert ihr euch, als wir beide in meinem Kabinett Draht hielten, da raschelte es hinter der Tapete. Ich zog den Degen, wisst ihr, und durchstach sie zweimal, dreimal, da hob sie sich und wehrtrat darunter hervor, mein lieber Bruder, der Herzog von Anjou mit einem Katzenbuckel. Hier machte der König eine nachahmende Gebärde und brach in unheimliches Lachen aus. Ich aber, fuhr er fort, maß ihn mit einem Blick, den er nicht ertragen konnte und der ihn flugs aus der Türe trieb. Hier nahm das bleiche Antlitz einen Ausdruck so wilden Hasses an, dass ich es erschrocken anstarrte. Coligny, für den ein solcher Auftritt wohl nichts Ungewöhnliches hatte, dem aber die Gegenwart eines Zeugen peinlich sein mochte, entfernte mich mit einem Wink. Ich sehe, eure Arbeit ist vollendet, sagte er, auf Wiedersehen morgen. Während ich meinen Heimweg einschlug, ergriff mich ein unendlicher Jammer. Dieser unheimliche Mensch also war es, von dem die Entscheidung der Dinge abhing. Wo sollte bei so knabenhafter unreife und flackernder Leidenschaftlichkeit die Stetigkeit des Gedankens, die Festigkeit des Entschlusses herkommen, konnte der Admiral für ihn handeln? Aber wer bürgte dafür, dass nicht andere feindliche Einflüsse sich in der nächsten Stunde schon dieses verworrenen Gemütes bemächtigten? Ich fühlte, dass nur dann Sicherheit war, wenn Coligny in seinem König eine selbstbewusste Stütze fand. Besaß er in ihm nur ein Werkzeug, so konnte ihm dieses Morgen entrissen werden. In so böse Zweifel verstrickt verfolgte ich meinen Weg, als ich eine Hand auf meine Schulter legte. Ich wandte mich und blickte in das wolkenlose Gesicht meines Landsmannes Bokard, der mich umhalste und mit den lebhaftesten Freuden Bezeugungen begrüßte. Willkommen, Schadau, in Paris, rief er. Ihr seid, wie ich sehe, müßig. Das bin ich auch und da der König eben verritten ist, so müsst ihr mit mir kommen. Ich will euch das Louvre zeigen. Ich wohne dort, da meine Kompanie die Wache der inneren Gemächer hat. Es wird euch hoffentlich nicht belästigen, fuhr er fort, da er in meinen Minen kein ungemischtes Vergnügen über seinen Vorschlag las, mit einem königlichen Schweizer Arm in Arm zu gehen. Da ja euer Abgott Colligny die Verbrüderung der Parteien wünscht, so würde ihm das Herz im Leibe lachen, ob der Freundschaft seines Schreibers mit einem Leibgardisten. Wer hat euch gesagt, unterbrach ich ihn erstaunt, dass ihr des Admirals Schreiber seid, lachte Pokar. Guter Freund, am Hofe wird mehr geschwatzt als billig ist. Heute Morgen beim Ballspiel war unter den hugenottischen Hofleuten die Rede von einem Deutschen, der bei dem Admiral Gunst gefunden hätte und aus einigen Äußerungen über die fragliche Persönlichkeit erkannte ich zweifellos meinen Freund dass euch jenes Mal Blitz und Donner in die drei Lilien zurückjagten, sonst wären wir uns fremd geblieben, denn eure Landsleute im Louvre hättet ihr wohl schwerlich aus freien Stücken aufgesucht. Mit dem Hauptmann Pfiffer muss ich euch gleich bekannt machen. Dies verbat ich mir, da Pfiffer nicht nur als ausgezeichneter Soldat, sondern auch als fanatischer Katholik berühmt war, willigte einen Bau bis jetzt nur von außen betrachtet hatte. Wir schritten nebeneinander durch die Straßen und das freundliche Geplauder des lebenslustigen Friburgers war mir willkommen, da es mich von meinen schweren Gedanken erlöste. Bald betraten wir das französische Königsschloss, das damals zur Hälfte aus einem finstern mittelalterlichen Kastell, zur anderen Hälfte aus einem neuen, großartig prächtigen Palast bestand, den die Medizärin hatte aufführen lassen. Diese Mischung zweier Zeiten vermehrte in mir den Eindruck, der mich, seit ich Paris betreten nie verlassen hatte, den Eindruck des schwankenden, ungleichartigen, der sich widersprechenden und miteinander ringenden Elemente. Nachdem wir viele Gänge und eine Reihe von Gemächern durchstritten hatten, deren Verzierung in keckem Steinwerk und oft ausgelassener Malerei meinem protestantischen Geschmacke fremd und zuweilen ärgerlich war, Bokard aber herzlich belustigte, öffnete mir dieser ein Kabinett mit den Worten »Dies ist das Studierzimmer des Königs«. Da herrschte eine gräuliche Unordnung. Der Boden war mit Notenheften und aufgeblätterten Büchern bestreut, an den Wänden hingen Waffen, auf dem kostbaren Marmortisch lag ein Waldhorn. Ich begnügte mich von der Türe aus einen Blick in dieses Chaos zu werfen und weitergehend frug ich Bokard, ob der König musikalisch sei. Er bläst herzzerreißend, erwiderte dieser oft ganze Vormittage hindurch und was schlimmer ist ganze Nächte, wenn er nicht hier nebenan, er wies auf eine andere Türe, vor dem Amboss steht und schmiedet, dass die Funken stieben, jetzt aber Runenwaldhorn und Hammer, er ist mit dem jungen Chateau Guillon eine Wette eingegangen, welchem von ihnen es zuerst gelinge, den Fuß im Mund das Zimmer auf- und niederzuhüpfen, das gibt ihm nun unglaublich zu tun. Da Bokar sah, wie ich traurig wurde und es ihm auch sonst passend scheinen mochte, das Gespräch über das gekrönte Haupt Frankreichs abzubrechen, lud er mich ein, mit ihm das Mittagsmahl in einem nicht weit entlegenen Gasthaus einzunehmen, das er mir als ganz vorzüglich schilderte. Um abzukürzen, schlugen wir eine enge, lange Gasse ein, zwei Männer schritten uns vom anderen Ende derselben entgegen. Sie, sagte mir Bokar, dort kommt Graf Gischer, der berüchtigte Damenfänger und der größte Raufer vom Hofe und neben ihm. Wahrhaftig, das ist Linieroll. Wie darf sich der am hellen Tage blicken lassen, da er doch ein vollgültiges Todesurteil auf dem Halse hat? Ich blickte hin und erkannte in dem Vornehmen der Bezeichneten den Unverschämten, der gestern Abend im Scheine der Fackeln Gasparder mit frecher Gebärde beleidigt hatte, Auch er schien sich meiner näher schreitend zu erinnern, denn sein Auge blieb unverwandt auf mich geheftet. Wir hatten die halbe Breite der engen Gasse inne, die andere Hälfte den uns entgegenkommenden freilassend. Da Bokar und Linieroll auf der Mauerseite gingen, mussten der Graf und ich hart aneinander vorüber. Plötzlich erhielt ich einen Stoß und hörte den Grafen sagen, gib Raum, verdammter Hugenot. Außer mir wandte ich mich nach ihm um, da rief er lachend zurück, willst du dich auf der Gasse so breit machen wie am Fenster? Ich wollte ihm nachstürzen, da umschlang mich Bokar und beschwor mich, nur hier keine Szene, in diesen Zeiten würden wir in einem Augenblick den Pöbel von Paris hinter uns her haben und da sie dich an deinem steifen Kragen als Hugenotten erkennen würden, wärst du unzweifelhaft verloren. Dass du Genugtuung erhalten musst, versteht sich von selbst. Ich will froh sein, wenn sich der vornehme Herr zu einem ehrlichen Zweikampfe versteht, aber an dem Schweizer Namen darf keine Makel haften und wenn ich mit dem deinigen auch mein Leben einsetzen müsste. Jetzt sage mir um allerheiligen Willen bist du mit Guish bekannt, hast du ihn gegen dich aufgebracht, doch nein, das ist ja nicht möglich, da tauge nicht zwar übler Laune und wollte sie an deiner Hugenotten Tracht auslassen. Unterdessen waren wir in das Gasthaus eingetreten, wo wir rasch und in gestörter Stimmung unser Mal hielten. Ich muss meinen Kopf zusammenhalten, sagte Bokar, denn ich werde mit dem Grafen einen harten Stand haben. Wir trennten uns und ich kehrte in meine Herberge zurück, Bokar versprechend, ihn dort zu erwarten. Nach Verlauf von zwei Stunden trat er in meine Kammer mit dem Ausruf, es ist gut abgelaufen, der Graf wird sich mit dir schlagen, morgen bei Tagesanbruch vor dem Tore Saint-Michel. Er empfing mich nicht unhöflich und als ich ihm sagte du wärst von gutem Hause meinte er es sei jetzt nicht der Augenblick deinen Stammbaum zu untersuchen was er kennenzulernen wünsche sei deine Klinge und wie steht es damit fuhr Bokar fort ich bin sicher dass du ein methodischer Fechter bist aber ich fürchte du bist langsam langsam zumal einem so raschen Teufel gegenüber Bokars Gesicht nahm einen besorgten Ausdruck an und nachdem er ein paar Übungsklingen gerufen es befand sich zu ebner Erde neben meinem Gasthaus ein Fechtsaal gab er mir eine derselben in die Hand und sagte nun zeige deine Künste nach einigen Gängen die ich in gewohntem Tempo durch focht während Bokar mich vergeblich mit dem Ruf schneller schneller anfeuerte warf er seine Klinge weg ans Fenster um eine Träne vor mir zu verbergen die ich aber schon hervordringen gesehen hatte ich trat zu ihm und legte meine Hand auf seine Schulter Bokar sagte ich betrübe dich nicht alles ist vorherbestimmt ist meine Todesstunde auf morgen gestellt so bedarf es nicht der Klinge des Grafen um meinen Lebensfaden zu zerschneiden ist es nicht so wird mir seine gefährliche Waffe nichts anhaben können nicht ungeduldig versetzte er sich rasch nach mir umdrehend jede Minute der Frist die uns bleibt ist kostbar und muss benützt werden nicht zum fechten denn in der Theorie bist du unsträflich und dein Pflegma hier seufzte er ist unheilbar es gibt nur ein Mittel dich zu retten wende dich an unsere liebe Frau von einsiedeln und wirf mir nicht ein du seist protestant einmal ist keinmal muss es sie nicht doppelt rühren wenn einer der abtrünnigen sein Leben in ihre Hände befiehlt du hast jetzt noch Zeit für deine Rettung viele Ave Maria zu sprechen und glaube mir die Gnadenmutter wird dich nicht im Stiche lassen überwinde dich lieber Freund und folge meinem Rat lass mich in Ruhe Bokar versetzte ich über seine wunderliche Zumutung ungehalten und doch von seiner Liebe gerührt er aber drang noch eine Weile vergeblich in mich dann ordneten wir das notwendige für morgen und er nahm Abschied in der Türe wandte er sich noch einmal zurück und sagte nur einen Stoß vor dem Einschlafen 6 am nächsten Morgen wurde ich durch eine rasche Berührung aus dem Schlafe geweckt Bokar stand vor meinem Lager auf rief er es eilt wenn wir nicht zu spät kommen sollen ich vergaß gestern dir zu sagen von wem der Graf sich sekundieren lässt von Linje Roll ein Schimpf mehr wenn du willst aber es hat den Vorteil dass im Falle du deinen Gegner ernstlich verwunden solltest dieser ehrenwerte Sekundant gewiss reinen Mund halten wird da er tausend gute Gründe hat die öffentliche Aufmerksamkeit in keiner Weise auf sich zu ziehen während ich mich ankleidete bemerkte ich wohl dass dem Freund eine Bitte auf dem Herzen lag die er mit Mühe niederkämpfte ich hatte mein noch in Bern verfertigtes nach Schweizer Sitte auf beiden Seiten mit derben Taschen versehenes Reisewams angezogen und drückte meinen breitkrempigen Filz in die Stirne als mich Bokard auf einmal in großer Gemütsbewegung heftig umhalste und nachdem er mich geküsst seinen Lockenkopf an meine Brust lehnte diese überschwängliche Teilnahme erschien mir unmännlich und ich drückte das duftende Haupt mit beiden Händen beschwichtigend weg mir deuchte dass ich Bokard in diesem Augenblick etwas an meinem Wams zu schaffen machte aber ich gab nicht weiter darauf Acht da die Zeit drängte wir gingen schweigend durch die morgenstillen Gassen während es leise zu regnen anfing durch schritten das Tor das eben geöffnet worden war und fanden in kleiner Entfernung von demselben einen mit verfallenden Mauern umgebenen Garten diese verlassene Stätte war zu der Begegnung ausersehen wir traten ein und erblickten Gwisch mit Linje Roll die unser harrend zwischen den Buchenhecken des Hauptganges auf und Niederschritten der Graf grüßte mich mit spöttischer Höflichkeit Bocard und Linje Roll traten zusammen um Kampfstelle und Waffen zu regeln der morgen ist kühl sagte der Graf ist es euch genehm so fechten wir im Wams der Herr ist nicht gepanzert warf Linje Roll hin indem er eine tastende Bewegung nach meiner Brust machte Gwisch bedeutete ihn mit einem Blick es zu lassen zwei lange Stoßklingen wurden uns geboten der Kampf begann und ich merkte bald dass ich einem an Behändigkeit mir überlegenen und dabei völlig kaltblütigen Gegner gegenüberstehe nachdem er meine Kraft mit einigen spielenden Stößen wie auf dem Fechtboden geprüft hatte wich seine nachlässige Haltung es wurde tödlicher Ernst er zeigte Quart und stieß Sekunde in beschleunigtem Tempo meine Parade kam genau noch rechtzeitig wiederholte er dieselben Stöße um eine Kleinigkeit rascher lächeln und machte mich auf mein Ende gefasst blitzschnell kam der Stoß aber die geschmeidige Stahlklinge bog sich hoch auf als träfe sie einen harten Gegenstand ich parierte führte den Nachstoß und rannte dem Grafen der seiner Sache sicher weit ausgefallen war meinen Degen durch die Brust er verlor die Farbe wurde aschfahl ließ die Waffe sinken und brach zusammen Lin Jeroll beugte sich über den Sterbenden während Bokar mich von hin an zog wir folgten dem Umkreise der Stadtmauer in flüchtiger Eile bis zum zweitnächsten Tore wo Bokar mit mir in eine kleine ihm bekannte Schenke trat wir durchschritten den Flur und ließen uns hinter dem Hause unter einer dicht überwachsenen Laube nieder noch war in der feuchten Morgen frühe alles wie ausgestorben Schenkmädchen gebracht wurde er schlürfte in behaglichen Zügen während ich den Becher unberührt vor mir stehen ließ ich hatte die Arme über der Brust gekreuzt und senkte das Haupt der Tote lag mir auf der Seele Bokar forderte mich zum trinken auf und nachdem ich ihm zu gefallen den Becher gelehrt hatte begann er ob nun gewisse Leute ihre Meinung ändern werden über unsere liebe Frau von einsiedeln lass mich zufrieden versetzte ich unwirsch was hat denn sie damit zu schaffen dass ich einen Menschen getötet mehr als du denkst erwiderte Bokar mit einem vorwurfsvollen Blicke dass du hier neben mir sittest hast du nur ihr zu danken du bist ihr eine dicke Kerze schuldig ich zuckte die Achseln Ungläubiger rief er und zog in meine linke Brust Tasche langend triumphierend das Medaillon daraus hervor welches er um den Hals zu tragen pflegte und dass er heute morgen während seiner heftigen Umarmung mir heimlich in das Wams geschoben haben musste jetzt 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 fiel jetzt fiel es mir wie eine Binde von den Augen die silberne Münze hatte den Stoß aufgehalten der mein Herz durchbohren sollte mein erstes Gefühl war zornige Scham als ob ich ein unehrliches Spiel getrieben und entgegen den Gesetzen des Zweikampfes meine Brust geschützt hätte darein mischte sich der Gräuel einem Götzenbilde mein Leben zu schulden lege ich doch lieber tot murmelte ich als dass ich bösem Aberglauben meine Rettung verdanken muss aber allmählich lichteten sich meine Gedanken Gaspard trat mir vor die Seele und mit ihr alle Fülle des Lebens ich war dankbar für das neu geschenkte Sonnenlicht und als ich wieder in die freudigen Augen Bokas blickte brachte ich es nicht über mich mit ihm zu hadern so gern ich es gewollt hätte sein Aberglaube war verwerflich aber seine Freundestreue hatte mir das Leben gerettet ich nahm von ihm mit Herzlichkeit Abschied und eilte ihm voraus durch das Tor und quer durch die Stadt nach dem Hause des Admirals der mich zu dieser Stunde erwartete hier brachte ich den Vormittag am Schreibtische zu diesmal mit der Durchsicht von Rechnungen beauftragt die sich auf die Ausrüstung der nach Flandern geworfenen hugenotischen Freischar bezogen Als der Admiral in einem freien Augenblicke zu mir trat wagte ich die Bitte er möchte mich nach Flandern schicken um an dem Einfall teilzunehmen und ihm rasche und zuverlässige Nachricht von dem Verlaufe derselben zu senden Nein Schadau antwortete er kopfschüttelnd ich darf euch nicht der Gefahr aussetzen als Freibeuter behandelt zu werden und am Galgen zu sterben etwas anderes ist es wenn ihr nach erklärten Feindseligkeiten an meiner Seite fallen solltet ich bin es eurem Vater schuldig euch keiner anderen Gefahr auszusetzen als einem ehrlichen Soldatentod Es mochte ungefähr Mittag sein als sich das Vorzimmer in auffallender Weise fühlte und ein immer erregter werdendes Gespräch hörbar wurde Der Admiral rief seinen Schwiegersohn Teligny herein der ihm berichtete Graf Guisha sei an diesem Morgen im Zweikampf gefallen sein Sekundant der verrufene Linieroll habe die Leiche vor dem Tore Saint-Michel durch die gräfliche Dienerschaft abholen lassen und ihr bevor er sich flüchtete nichts anderes zu sagen gewusst als dass ihr Herr durch die Hand eines ihm unbekannten Huguenotten gefallen sei Coligny zog die Brauen zusammen und brauste auf habe ich nicht streng untersagt habe ich nicht gedroht gefleht beschworen dass keiner unserer Leute in dieser verhängnisvollen Zeit einen Zwist beginne oder aufnehme der zu blutigem Entscheide führen könnte ist der Zweikampf an sich schon eine Tat die kein Christ ohne zwingende Gründe auf sein Gewissen laden soll so wird er in diesen Tagen wo ein ins Pulver Fass springender Funke uns alle verderben kann zum Verbrechen an unseren Glaubensgenossen und am Vaterlande ich blickte von meinen Rechnungen nicht auf und war froh als ich die Arbeit zu Ende gebracht hatte dann ging ich in meine Herberge und ließ mein Gepäck in das Haus des Schneiders Schilbeer bringen ein kränklicher Mann mit einem furchtsamen Gesichtchen geleitete mich unter vielen Höflichkeiten in das mir bestimmte Zimmer es war groß und luftig und überschaute das oberste Stockwerk des Hauses bildend den ganzen Stadtteil ein Meer von Dächern hier seid ihr sicher sagte Schilbeer mit feiner Stimme und zwang mir damit ein Lächeln ab mich freut es erwiderte ich bei einem Glaubensbruder Herberge zu nehmen Glaubensbruder lispelte der Schneider sprecht nicht so laut Herr Hauptmann es ist wahr ich bin ein evangelischer Christ und wenn es nicht anders sein kann will ich auch für meinen Heiland sterben aber verbrannt werden wie es Burr auf dem Gräf Platze geschah ich sah damals als kleiner Knabe zu Hu davor habe ich einen Schauder habt keine Angst beruhigte ich diese Zeiten sind vorüber und das Friedensedikt gewährleistet uns allen freie Religionsausübung Gott gebe dass es dabei bleibe seufzte der Schneider aber ihr kennt unseren Pariser Pöbel nicht das ist ein wildes und ein neidisches Volk und wir Hugenotten haben das Privilegium sie zu ärgern weil wir eingezogen züchtig und rechtschaffen leben so werfen sie uns vor wir wollen uns als die bessern von ihnen sondern aber gerechter Himmel wie ist es möglich die zehn Gebote zu halten und sich nicht vor ihnen aus zu zeichnen mein neuer Hauswirt verließ mich und bei der einbrechenden Dämmerung ging ich hinüber in die Wohnung des Parlamentsrats ich fand ihn höchst niedergeschlagen ein böses Verhängnis waltet über unserer Sache hub er an wisst ihr es schon Schadau ein vornehmer Höfling Graf Guischer ward diesen Morgen im Zweikampf von einem Hugenotten erstochen ganz Paris ist voll davon und ich denke Pater Panigarola wird die Gelegenheit nicht versäumen auf uns alle als auf eine Genossenschaft von Mördern hinzuweisen und seinen tugendhaften Gönner denn Guisch war ein eifriger Kirchgänger in einer seiner wirkungsvollen Abendpredigten als Märtyrer des katholischen Glaubens auszurufen der Kopf schmerzt mich Schadau und ich will mich zur Ruhe begeben lasst euch von Gaspard den Abend Trunk kredenzen Gaspard stand während dieses Gesprächs neben dem Sitze des alten Herrn auf dessen Rückenlehne sie sich wie nachdenkend stützte sie war heute sehr blass und tief ernst blickten ihre großen blauen Augen als wir allein waren standen wir uns einige Augenblicke schweigend gegenüber jetzt stieg der schlimme Verdacht in mir auf dass sie die selbst mich zu ihrer Verteidigung aufgefordert nun vor dem blutbefleckten schaudernd zurücktrete die seltsamen Umstände die mich gerettet hatten und die ich Gaspard nicht mitteilen konnte ohne ihr kalvinistisches Gefühl schwer zu verletzen verwirrten mein Gewissen mehr als die nach Mannes begriffen leichte Blutschuld es belastete Gaspard fühlte mir an dass meine Seele beschwert war und konnte den Grund davon allein in der Tötung des Grafen und den daraus unserer Partei erwachsenen Nachteilen suchen Nach einer Weile sagte sie mit gepresster Stimme du also hast den Grafen umgebracht ich war meine Antwort wieder schwieg sie und schien nachzusehnen dann trat sie mit plötzlichem Entschluss an mich heran umschlank mich mit beiden Armen und küßte mich inbrünstig auf den Mund was du immer mit dieser Tat auf dein Gewissen geladen hast sagte sie fest ich bin deine Mitschuldige um meinetwillen hast du sie begangen ich bin es die dich in Gefahr und vielleicht in Sünde gestürzt hat du hast dein Leben für mich eingesetzt ich möchte es dir vergelten doch ich kann es nie ich aber fasste ihre beiden Hände und rief Gaspard du kannst es lass mich wie heute so morgen und immer dar dein Beschützer sein teile mit mir Sicherheit und Gefahr Schuld und Heil eins und untrennbar lass uns sein bis zum Tode eins und untrennbar sagte sie sieben seit dem verhängnisvollen Tage an welchem ich Gwische getötet und Gaspards Liebe gewonnen hatte war ein Monat verstrichen täglich schrieb ich im Kabinett des Admirals der mit meiner Arbeit zufrieden schien und mich mit steigendem Vertrauen behandelte ich fühlte dass ihm die Innigkeit meines Verhältnisses zu Gaspard nicht unbekannt geblieben war ohne dass er es jedoch mit einem Worte berührt hätte während dieser Zeit hatte sich die Lage der Protestanten in Paris sichtlich verschlimmert der Einfall in Flandern war misslungen und der Rückschlag machte sich am Hofe und in der öffentlichen Stimmung fühlbar die Hochzeit des Königs von Navarra mit Karls reizender aber leichtfertiger Schwester erweiterte die Kluft zwischen den beiden Parteien statt sie zu überbrücken kurz vorher war Jeanne d'Albray die wegen ihres persönlichen Wertes von den Huguenotten hochverehrte Mutter des Navarresen plötzlich gestorben an Gift so hieß es am Hochzeitstage selber schritt der Admiral statt der Messe beizuwohnen auf dem Platz vor Notre Dame in gemessenem Gange auf und nieder und sprach er der sonst so vorsichtige ein Wort aus das in bitterster Feindseligkeit gegen ihn ausgebeutet wurde Notre Dame sagte er ist mit den Fahnen behängt die man uns im Bürgerkrieg abgenommen sie müssen weg und ehrenvollere Trophäen an ihre Stelle damit meinte er spanische Fahnen aber das Wort wurde falsch gedeutet Coligny sandte mich mit einem Auftrage nach Orléans wo deutsche Reiterei lag als ich von dort zurückkehrte und meine Wohnung betrat kam mir Gilbert mit entstellter Miene entgegen wisst ihr schon Herr Hauptmann jammerte er dass der Admiral gestern meuchlerisch verwundet worden ist als er aus dem Louvre nach seinem Palast zurückkehrte nicht tödlich sagt man aber bei seinem Alter und der kummervollen Sorge die auf ihm lastet wer kann wissen wie das endet und stirbt er was soll aus uns werden ich begab mich schleunig nach der Wohnung des Admirals wo ich abgewiesen wurde der pförtner sagte mir es sei hoher besuch im hause der könig und die königin mutter dies beruhigte mich da ich in meiner arglosigkeit daraus schloss unmöglich könne Katharina an der Untat Anteil haben wenn sie selbst das Opfer besuche der König aber versicherte der pförtner sei wütend über den tückischen Angriff auf das Leben seines väterlichen Freundes jetzt wandte ich meine Schritte zurück nach der Wohnung des Parlamentsrats den ich in lebhaftem Gespräch mit einer merkwürdigen Persönlichkeit fand einem manne in mittleren Jahren dessen bewegtes Gebärdenspiel den Südfranzosen verriet und der den St. Michaels Orden trug noch nie hatte ich in klügere Augen geblickt sie leuchteten von Geist und in den zahllosen Falten und Linien um Augen und Mund bewegte sich ein unruhiges Spiel schalkhafter und scharfsinniger Gedanken gut dass ihr kommt schadau rief mir der Rat entgegen während ich unwillkürlich das unschuldige Antlitz Gaspards in dem nur die Lauterkeit einer einfachen und starken Seele sich spiegelte mit der weltklugen Miene des Gastes verglich gut dass ihr kommt Herr Montaigne will mich mit Gewalt nach seinem Schlosse in Perigord entführen wir wollen dort den Horat zusammen lesen warf der Fremdling ein wie wir es vor Zeiten in den Bädern von Ex taten wo ich das Vergnügen hatte den Herrn Rat kennen zu lernen meint ihr Montaigne fuhr der Rat fort ich dürfe die Kinder allein lassen Gaspard will sich nicht von ihrem Paten und dieser junge Berner sich nicht von Gaspard trennen ei was spottete Herr Montaigne sich gegen mich verbeugend sie werden um sich in der Tugend zu stärken das Buch Tobie zusammen lesen und den Ton wechselnd da er mein ernstes Gesicht sah kurz und Gutschlosser ihr kommt mit mir lieber Rat ist denn eine Verschwörung gegen uns genotten im Werke fragte ich aufmerksam werdend eine Verschwörung wiederholte der Gaskonier nicht dass ich wüsste wenn nicht etwa eine solche wie sie die Wolken anzetteln bevor ein Gewitter losbricht vier fünfteile einer Nation von dem letzten fünfteil zu etwas gezwungen was sie nicht wollen das heißt zum Krieg in Flandern das kann die Atmosphäre schon elektrisch machen und nehmt es mir nicht übel junger Mann ihr hugenotten verfehlt euch gegen den den Satz der Lebens weisheit dass man das Volk unter dem man wohnt nicht durch Missachtung seiner Sitten beleidigen darf rechnet ihr die Religion zu den Sitten eines Volkes fragte ich entrüstet in in gewissem Sinne den umstehenden Bürgern die Hände schüttelte lustig wie ein Franzose und gemütlich wie ein Deutscher so ist es recht sind wir ja alle vom Weibe geboren und ist doch die Seife nicht teuer mir schien als ob der Gaskonja schwere besorgen ist unter diesem scherzhaften ton verberge und ich wollte ihn weiter zur Rede stellen als der alte Diener einen Boten des Admirals meldete welcher mich und Gaspard unverzüglich zu sich berief Gaspard warf einen dichten Schleier über und wir eilten unterwegs erzählte sie mir was sie in meiner Abwesenheit ausgestanden an deiner Seite durch einen Kugelregen zu reiten wäre mir ein Spiel dagegen versicherte sie der Pöbel in unserer Straße ist so giftig geworden dass ich das Haus nicht verlassen konnte ohne mit Schimpfworten verfolgt zu werden kleidete ich mich nach meinem Stande so schrie man mir nach seht die übermütige legte ich schlichtes Gewand an so hieß es seht die Heuchlerin einen Tag oder eine Woche hielte man das schon aus aber wenn man kein Ende davon absieht unsere Lage hier in Paris erinnert mich an die jenes Italieners den sein Feind in einen Kerker mit vier kleinen Fenstern werfen ließ als er am nächsten Morgen erwachte waren der nur noch drei am folgenden zwei am dritten noch eines kurz er begriff dass sein höllischer Feind ihn in eine Maschine gesperrt hatte die sich allmählig in einen erdrückenden Sarg verwandelte unter diesen Reden waren wir in die Wohnung des Admirals gelangt der uns sogleich zu sich beschied er saß aufrecht auf seinem Lager den verwundeten linken Arm in der Schlinge blass und ermattet neben ihm stand ein geistlicher mit eisgrauem Barte er ließ uns nicht zu Worten kommen meine Zeit ist gemessen sprach er hört mich an und gehorcht mir du Gaspard bist mir durch meinen teuren Bruder Blut verwandt es ist jetzt nicht der Augenblick etwas zu verhüllen das du weißt und diesem nicht verborgen bleiben darf deiner Mutter ist durch einen Franzosen Unrecht geschehen ich will nicht dass auch du unseres Volkes Sünden mitbüßest wir bezahlen was unsere Väter verschuldet haben du aber sollst so viel solches an mir liegt auf deutscher Erde ein frommes und ruhiges Leben führen dann sich zu mir wendend fuhr er fort Schadau ihr werdet eure Kriegsschule nicht unter mir durchmachen hier sieht es dunkel aus mein Leben geht zur Neige und mein Tod ist der Bürgerkrieg mischt euch nicht darein ich verbiete es euch reicht gaspard die hand ich gebe sie euch zum Weibe führt sie ohne säumnis in eure Heimat verlasst dieses ungesegnete Frankreich sobald ihr meinen Tod erfahrt bereitet ihr eine Stätte auf Schweizer Boden dann nehmt Dienste unter dem Prinzen von Oranien und kämpft für die gute Sache jetzt winkte er dem Greise und forderte ihn auf uns zu trauen macht es kurz flüsterte er ich bin müde und bedarf Ruhe wir ließen uns an seinem Lager auf die Knie nieder und der geistliche verrichtete sein Amt unsere Hände zusammenfügend und die liturgischen Worte aus dem Gedächtnisse sprechend dann segnete uns der Admiral mit seiner ebenfalls verstümmelten Rechten lebt wohl schloss er legte sich nieder und kehrte sein Antlitz gegen die Wand da wir zögerten das Gemach zu verlassen hörten wir noch die gleichmäßigen Atemzüge des ruhig entschlummerten schweigend schweigend und in wunderbarer Stimmung kamen wir zurück und fanden Chatillon noch in lebhaftem Gespräch mit Herrn von Montaigne gewonnen Spiel jubelte dieser der Papa willigt ein und ich selbst will ihm seinen Koffer packen denn darauf verstehe ich mich vortrefflich geht lieber Ohheim mahnte Gaspar und macht euch keine Sorge um mich das ist von nun an die Sache meines Gemahls und sie drückte meine Hand an ihre Brust auch ich drang in den Rat mit Montaigne zu verreisen da mit einem Mal wie wir alle ihm zuredeten und ihn überzeugt glaubten fragte er hat der Admiral Paris verlassen und als er hörte Colligny bleibe und werde trotz des drängens der seinigen bleiben auch wenn sein Zustand die Abreise erlauben sollte da rief Chatillon mit glänzenden Augen und mit einer festen Stimme die ich nicht an ihm kannte so bleibe auch ich ich bin im Leben oftmals feig und selbstsüchtig gewesen ich stand nicht zu meinen Glaubensgenossen wie ich sollte in dieser letzten Stunde aber will ich sie nicht verlassen Montaigne biss sich die Lippe unser aller Zureden fruchtete nun nichts mehr der Alte blieb bei seinem Entschlusse jetzt klopfte ihm der Gaskonje auf die Schulter und sagte mit einem Anflug von Hohn alter Junge du betrügst dich selbst wenn du glaubst dass du aus Heldenmut so handelst du tust es aus Bequemlichkeit du bist zu träge geworden dein behagliches Nest zu verlassen selbst auf die Gefahr hin dass der Sturm es morgen wegfegt das ist auch ein Standpunkt und in deiner Weise hast du recht jetzt verwandelte sich der spöttische Ausdruck auf seinem Gesicht in einen tief schmerzlichen er umarmte chatillon küsste ihn und schied eilig der Rat welcher seltsam bewegt war wünschte allein zu sein verlasst mich schadau sagte er mir die hand drückend und kommt heute Abend noch einmal vorschlafen gehen Gaspard die mich begleitete ergriff unter der Türe plötzlich das Reisepistol das noch in meinem Gürtel stark lass das warnte ich es ist scharf geladen nein lachte sie den Kopf zurück werfend ich behalte es als Unterpfand dass du uns diesen Abend nicht versäumst und sie entfloh damit ins Haus 8 auf meinem Zimmer lag ein Brief meines Oh Heims im gewohnten Format mit den wohlbekannten altmodischen Zügen überschrieben der rote Abdruck des Siegels mit seiner Devise Pellerin et Voyageur war diesmal unmäßig groß geraten nun hielt ich das Schreiben uneröffnet in der Hand als Bokard ohne anzuklopfen hereinstürzte hast du dein Versprechen vergessen Schadau rief er mir zu welches Versprechen fragte ich missmutig schön versetzte er mit einem kurzen Lachen das Gezwungen klang wenn das so fort geht so wirst du nächstens deinen eigenen Namen vergessen am Vorabend deiner Abreise nach Orléans in der Schenke zum Mohren hast du mir feierlich gelobt dein längst gegebenes Versprechen zu lösen und unseren Landsmann den Hauptmann Pfiffer einmal zu begrüßen ich lud dich dann in seinem Auftrag zu seinem Namensfest in das Louvre ein heute nun ist Bartholomeus Tag der Hauptmann hat zwar viele Namen wohl acht bis zehn da aber unter diesen allen der geschundene Bartel in seinen Augen der größte heilige und Märtyrer ist so feiert er als guter Christ diesen Tag in besonderer Weise bliebest du weg er legte dir es als hugenottischen Starr Sinn aus Ich besann mich freilich von Bokar häufig mit solchen Einladungen bestürmt worden zu sein und ihn von Woche zu Woche vertröstet zu haben dass ich ihm auf heute zugesagt war mir nicht erinnerlich aber es konnte sein Bokar sagte ich heute ist mir es ungelegen entschuldige mich bei Pfiffer und lass mich zu Hause nun aber begann er auf die wunderlichste Weise in mich zu dringen jetzt flehendlich mich beschwörend zuletzt fuhr er auf wie hältst du so dein Ehrenwort und unsicher wie ich war ob ich nicht doch vielleicht mein Wort gegeben konnte ich diesen Vorwurf nicht auf mir sitzen lassen und willigte endlich wenn auch bitter ungern ein ihn zu begleiten ich marktete bis er versprach in einer Stunde mich freizugeben und wir gingen nach dem Louvre Paris war ruhig wir trafen nur einzelne Gruppen von Bürgern die sich über den Zustand des Admirals flüsternd besprachen Pfiffer hatte ein Gemach zu ebener Erde im großen Hofe des Louvre inne ich war erstaunt seine Fenster nur spärlich erleuchtet zu sehen und Totenstille zu finden statt eines fröhlichen Festlärms wie wir eintraten stand der Hauptmann allein in der Mitte des Zimmers vom Kopf bis zu den Füßen bewaffnet und in eine Depesche vertieft die er aufmerksam zu lesen ja zu buchstabieren schien denn er folgte den Zeilen mit dem Zeigefinger der linken Hand er wurde meiner ansichtig und auf mich zutretend fuhr er mich barsch an euren euren degen junger her ihr seid mein gefangener gleichzeitig näherten sich zwei schweizer die im schatten gestanden hatten ich trat einen schritt zurück wer gibt euch ein recht an mich herr hauptmann rief ich aus ich bin der schreiber des admirals ohne mich eine antwort zu würdigen griff er mit eigener hand nach meinem degen und bemächtigte sich desselben die Überraschung hatte mich so aus Erfassung gebracht dass ich an keinen Widerstand dachte tut eure Pflicht befahl Pfiffer die beiden schweizer nahmen mich in ihre mitte und ich folgte ihnen wehrlos einen blick grimmigen vorwurfs auf pokard werfend ich konnte mir nichts anderes denken als dass Pfiffer einen königlichen Befehl erhalten habe mich wegen meines Zweikampf mit Gwisch in Haft zu nehmen zu meinem Erstaunen wurde ich nur wenige Schritte weit nach der mir wohlbekannten Kammer Bokars geführt der eine Schweizer zog einen Schlüssel hervor und versuchte zu öffnen aber vergeblich es schien ihm in der Eile ein Unrechter übergeben worden zu sein und er sandte seinen Kameraden zurück um von Bokar der bei Pfiffer geblieben war den Rechten zu fordern in dieser kurzen Frist vernahm ich lauschend die rauche scheltende Stimme des Hauptmanns euer freches Stücklein kann mich meine Stelle kosten in dieser Teufelsnacht wird uns hoffentlich keiner zur Rede stellen doch wie bringen wir morgen den Ketzer aus dem Louvre fort die Heiligen mögen mir's verzeihen dass ich einem Huguenotten das Leben rette aber einen Landsmann und Bürger von Bern dürfen wir von diesen verfluchten Franzosen auch nicht abschlachten lassen da habt ihr wiederum recht Bock haben jetzt ging die Türe auf ich stand in dem dunklen Gelass der Schlüssel wurde hinter mir gedreht und ein schwerer Riegel vorgeschoben ich durchmaß das mir von manchem Besuche her wohlbekannte Gemach in quälenden Gedanken auf und niederschreitend während sich das mit Eisenstäben vergitterte hochgelegene Fenster allmählich erhellte denn der Mond ging auf der einzige wahrscheinliche Grund meiner Verhaftung ich mochte die Sache wenden wie ich wollte war und blieb der Zweikampf unerklärlich waren mir freilich Pfiffers unmutige letzte Worte aber ich konnte dieselben misshört haben oder der tapfere Hauptmann war etwas bezecht noch unbegreiflicher ja haarsträubend erschien mir das Benehmen Bokars der mich nie und nimmer einen so schmählichen Verrat zugetraut hätte je länger ich die Sache übersann in desto beunruhigendere Zweifel und unlösbarere Widersprüche verstrickte ich mich sollte wirklich ein blutiger Plan gegen die Huguenotten bestehen war das denkbar konnte der König wenn er nicht von Sinnen war in die Vernichtung einer Parteiwilligen deren Untergang ihn zum willenlosen Sklaven seiner ehrgeizigen Vättern von Lothringern machen musste oder war ein neuer Anschlag auf die Person des Admirals geschmiedet und wollte man einen seiner treuen Diener von ihm entfernen aber ich erschien mir zu unbedeutend als dass man zuerst an mich gedacht hätte der König hatte heftig gezürnt über die Verwundung des Admirals Konnte ein Mensch ohne dem Wahnsinn verfallen zu sein von warmer Neigung zu stumpfer Gleichgültigkeit oder wildem Hasse in der Frist weniger Stunden übergehen Während ich meinen Kopf zerarbeitete schrie mein Herz dass ich zählte zwölf Schläge es war Mitternacht da kam mir der Gedanke einen Stuhl an das hohe Fenster zu rücken in die Nische zu steigen es zu öffnen und an die Eisenstäbe mich anklammend in die Nacht auszuschauen das Fenster blickte auf die Seen alles war still schon wollte ich wieder ins Gemach herunterspringen als ich meinen Blick noch über mich richtete und vor Entsetzen erstarrte rechts von mir auf einem Balkon des ersten Stockwerks so nahe dass ich sie fast mit der Hand erreichen konnte erblickte ich vom Mondlicht taghell erleuchtet drei über das Geländer vorgebeugte lautlos lauschende Gestalten mir zunächst der König mit einem Antlitz dessen nicht unedle Züge die Angst die Wut der Wahnsinn zu einem Höllenausdruck verzerrten kein Fiebertraum kann schrecklicher sein als diese Wirklichkeit jetzt da ich das längst vergangene niederschreibe sehe ich den Unseligen wieder mit den Augen des Geistes und ich schaudere neben ihm lehnte sein Bruder der Herzog von Anjou mit dem schlaffen weibisch grausamen Gesichtchen und schlotterte vor Furcht hinter ihnen bleich und regungslos die gefassteste von allen stand Katharina die Medizärin mit halbgeschlossenen Augen und fast gleichgültiger Miene jetzt machte der König wie von Gewissensangst gepeinigt eine krampfhafte Gebärde als wollte er einen gegebenen Befehl zurücknehmen und in demselben Augenblick knallte ein Büchsenschuss wie mir schien im Hofe des Louvre endlich flüsterte die Königin wie erleichtert und die drei Nachtgestalten verschwanden von der Zinne eine nahe Glocke begann Sturm zu läuten eine zweite eine dritte heulte mit greller Fackelschein glomm auf wie eine Feuersbrunst Schüsse knatterten und meine gespannte Einbildungskraft glaubte Sterbesäufzer zu vernehmen der Admiral lag ermordet daran konnte ich nicht mehr zweifeln aber was bedeuteten die Sturmglocken die erst vereinzelt dann immer häufiger fallenden Schüsse die Mordrufe die jetzt von fern an mein lauschendes Ohr drangen geschah das Unerhörte wurden alle Huguenotten in Paris gemeuchelt und Gaspard meine mir vom Admiral anvertraute Gaspard war mit dem wehrlosen Alten diesen Schrecken preis gegeben das Haar stand mir zu Berge das Blut gerann mir in den Adern ich rüttelte an der Türe aus allen Kräften die eisernen Schlösser und das schwere Eichenholz wichen nicht ich suchte tastend nach einer Waffe nach einem Werkzeug um sie zu sprengen und fand keines ich schlug mit den Fäusten stieß mit den Füßen gegen die Türe und schrie nach Befreiung draußen im Gange blieb es totenstill wieder schwank ich mich in die Fensternische und rüttelte wie ein Verzweifelter an dem Eisengitter es war nicht zu erschüttern ein Fieberfrost ergriff mich und meine Zähne schlugen aufeinander dem Wahnsinn nahe warf ich mich auf Bokars Lager und wälzte mich in tödlicher Bangigkeit endlich als der Morgen zu grauen begann verfiel ich in einen Zustand zwischen Wachen und Schlummern der sich nicht beschreiben lässt ich meinte mich noch an die Eisenstäbe zu klammern und hinauszublicken auf die rastlos flutende Seen da plötzlich erhob sich aus ihren Wellen ein halbnacktes vom Mondlicht beglänztes Weib eine Flussgöttin auf ihre sprudelnde Urne gestützt wie sie in Fontainebleu an den Wasserkünsten sitzen und begann zu sprechen aber ihre Worte richteten sich nicht an mich sondern an eine Steinfrau die dicht neben mir die Zinne trug auf welcher die drei fürstlichen Verschwörer gestanden Schwester frug sie aus dem Flusse weißt vielleicht du warum sie sich morden sie werfen mir Leichnam auf Leichnam in mein strömendes Bett und ich bin schmierig von Blut pfui pfui machen vielleicht die Bettler die ich abends ihre Lumpen in meinem Wasser waschen sehe denn reichen den gar aus nein raunte das steinerne Weib sie morden sich weil sie nicht einig sind über den richtigen Weg zur Seligkeit und ihr kaltes Antlitz verzog sich zum Hohn als belache sie eine ungeheure Dummheit in diesem Augenblick knarrte die Türe ich fuhr auf aus meinem Halbschlummer und erblickte Bokar blass und ernst wie ich ihn noch nie gesehen hatte und hinter ihm zwei seiner Leute von welchen einer einen Leib Brot und eine Kanne Wein trug um Gottes Willen Bokar rief ich und stürzte ihm entgegen was ist heute Nacht vorgegangen sprich er ergriff meine Hand und wollte sich zu mir auf das Lager setzen ich sträubte mich und beschwor ihn zu reden beruhige dich sagte er es war eine schlimme Nacht wir Schweizer können nichts dafür der König hat es befohlen der Admiral ist tot frug ich ihn starr ansehend er bejahte mit einer Bewegung des Hauptes und die anderen hugenotischen Führer tot wenn nicht der eine oder andere wie der Navarese durch besondere Gunst des Königs verschont blieb ist das Blutbad beendigt nein noch wütet es fort in den Straßen von Paris kein Huguenot darf am Leben bleiben jetzt zuckte mir der Gedanke an Gaspard wie ein glühender Blitz durchs Gehirn und alles andere verschwand im Dunkel lass mich schrie ich mein Weib mein armes Weib Bokar sah mich erstaunt und fragend an dein Weib bist du verheiratet gib Raum unseliger rief ich und warf mich auf ihn der mir den Ausgang vertrat wir rangen miteinander und ich hätte ihn übermannt wenn nicht einer seiner Schweizer ihm zu Hilfe gekommen wäre indes der andere die Türe bewachte ich wurde auf das Knie niedergedrückt Bokar stöhnte ich im Namen des barmherzigen Gottes bei allem was dir teuer ist bei dem Haupte deines Vaters bei der Seligkeit deiner Mutter erbarm dich meiner und lass mich frei ich sage dir Mensch dass mein Weib da draußen ist dass sie vielleicht in diesem Augenblick gemordet dass sie vielleicht in diesem Augenblick misshandelt wird und ich schlug mit geballter Faust gegen die Stirn Bokar erwiderte begütigend wie man mit einem Kranken spricht Du bist von Sinnen armer Freund Du könntest nicht fünf Schritte ins Freie tun bevor dich eine Kugel niederstreckte jedermann kennt dich als den Schreiber des Admirals nimm Vernunft an was du verlangst ist unmöglich jetzt begann ich auf den Knien liegend zu schluchzen wie ein Kind noch einmal halb bewusstlos wie ein ertrinkender erhob ich das Auge nach Rettung während Bokar schweigend die im Ringen zerrissene Seidenschnur wieder zusammenknüpfte an der die Silbermünze mit dem Bildnis der Madonna tief niederhing im Namen der Mutter Gottes von Einsiedeln flehte ich mit gefalteten Händen jetzt stand Bokar wie gebannt die Augen nach oben gewendet und etwas murmelnd wie ein Gebet dann berührte er das Medaillon mit den Lippen und schob es sorgfältig wieder in sein Wams noch schwiegen wir beide da trat eine depesche emporhaltend ein junger Fähndrich ein im Namen des Königs und auf Befehl des Hauptmanns sagte er nehmt zwei eurer Leute Herr Bokar und überbringt eigenhändig diese Order dem Kommandanten der Bastille der Fähndrich trat ab jetzt eilte Bokar nach einem Augenblick des Besinnens das Schreiben in der Hand auf mich zu tausche schnell die Kleider mit Katani hier flüsterte er ich will es wagen wo wohnt sie gut labe dich noch mit einem Trunk du hast Kraft nötig nachdem ich eilig meiner Kleider mich entledigt warf ich mich in die Tracht eines königlichen Schweizers gürtete das schwert um ergriff die Halibarde und Bokar ich und der zweite Schweizer wir stürzten ins Freie 9 schon im Hofe des Louvre bot sich meinen Augen ein schrecklicher Anblick die Huguenotten vom Gefolge des Königs von Navarra lagen hier frisch getötet manche noch röchelnd in Haufen übereinander längs der Seen weiter eilend begegneten wir auf jedem Schritt einem Gräuel hier lag ein armer alter mit gespaltenem Schädel in seinem Blute dort sträubte sich ein toten blasses Weib in den Armen eines rohen Lanzen Knechts eine Gasse lag still wie das Grab aus einer anderen erschollen noch Hilferufe und misstönige Sterbesäufzer ich aber unempfindlich für diese unfassbare Größe des Elends stürmte wie ein verzweifelter vorwärts so dass mir Bocard und der Schweizer kaum zu folgen vermochten endlich war die Brücke erreicht und überschritten ich stürzte in vollem Laufe nach dem Hause des Rats die Augen unverwandt auf seine hochgelegenen Fenster geheftet an einem derselben wurden ringende Arme sichtbar eine menschliche Gestalt mit weißen Haaren ward hinaus gedrängt der unglückliche es war chatillon klammerte sich einen Augenblick noch mit schwachen Händen an das Gesims dann ließ er los und stürzte auf das Pflaster an dem zerschmetterten vorüber erklomm ich in wenigen Sprüngern die Treppe und stürzte in das Gemach es war mit bewaffneten gefüllt und ein wilder Lärm erscholl aus der offenen Türe des Bibliothekszimmers ich bahnte mir mit meiner Halibarde den Weg und erblickte Gaspard in eine Ecke gedrängt und von einer gierigen brüllenden Meute umstellt die sie mein Pistol in der Hand und bald auf diesen bald auf jenen zielend von sich abhielt sie war farblos wie ein Wachsbild und aus ihren weit geöffneten blauen Augen sprühte ein schreckliches Feuer alles vor mir niederwerfend mit einem einzigen Anlauf war ich an ihrer Seite und Gott sei Dank du bist es rief sie noch und zank mir dann bewusstlos in die Arme unterdessen war Bokard mit dem Schweizer nachgedrungen Leute drohte er im Namen des Königs verbiete ich euch diese Dame nur mit einem Finger zu berühren zurück wem sein Leben lieb ist ich habe Befehl sie ins Louvre zu bringen er war neben mich getreten und ich hatte die ohnmächtige Gaspard in den Lehnstuhl des Rats gelegt da sprang aus dem Getümmel ein scheußlicher Mensch mit blutigen Händen und blutbeflecktem Gesichte hervor indem ich den verfehmten Linieroll erkannte Lug und Trug schrie dass Schweizer verkappte Huguenotten sind und von der schlimmsten Sorte dieser hier ich kenne dich wohl vier schrötiger Halunke hat den frommen Grafen Gwisch gemordet und jener war dabei schlagt tot es ist ein verdienstliches Werk diese schurkischen Ketzer zu vertilgen aber rührt mir das Mädel nicht an die ist mein und der verwilderte warf sich wütend auf mich bösewicht rief bokar dein stündlein ist gekommen stoß zu schadau rasch drängte er mit geschickter parade die ruchlose klinge in die höhe und ich stieß dem Buben mein Schwert bis an das Heft in die Brust er stürzte ein rasendes Geheul erhob sich aus der Rotte weg Jetzt griffen bokar und der Schweizer mit Hieb und Stoß das Gesindel an das uns von der Türe trennte und brachen eine Gasse durch die ich gaspart tragend schleunig nachschritt wir gelangten glücklich die Treppen hinunter und betraten die Straße hier hatten wir vielleicht zehn Schritte getan da fiel ein Schuss aus einem Fenster bokar schwankte griff mit unsicherer Hand nach dem Medaillon riss es hervor drückte es an die erblassenden Lippen und sank nieder er war durch die Schläfe getroffen der erste Blick überzeugte mich dass ich ihn verloren hatte der zweite nach dem Fenster gerichtete dass ihn der Tod aus meinem Reiterpistol getroffen welches Gaspards Hand entfallen war und das jetzt der Mörder frohlockend empor hielt die scheußliche Horde an den Fersen riss ich mich mit blutendem Herzen von dem Freunde los bei dem sein treuer Soldat niederkniete bog um die nahe Ecke in das Seitengässchen wo meine Wohnung gelegen war erreichte sie unbemerkt und eilte durch das ausgestorbene Haus mit Gaspard hinauf in meine Kammer auf dem Flur des ersten Stockwerkes schritt ich durch breite Blutlachen der Schneider lag ermordet sein Weib und seine vier Kinder am Todesschlummer selbst der kleine Pudel des Hauses Liebling lag verendet bei ihnen Blutgeruch erfüllte das Haus die letzte Treppe ersteigend sah ich mein Zimmer offen die halb zerschmetterte Türe schlug der Wind auf und zu hier hatten die Mörder da sie mein Lager leer fanden nicht lange geweilt das ärmliche Aussehen meiner Kammer versprach ihnen keine Beute meine wenigen Bücher lagen zerrissen auf dem Boden zerstreut in eines derselben hatte ich als mich Bokar überraschte den Brief meines Ohms geborgen er war herausgefallen und ich steckte ihn zu mir meine kleine Barschaft trug ich noch von der Reise her in einem Gurt auf dem Leibe ich hatte Gaspard auf mein Lager gebettet wo die Bleiche zu schlummern schien und stand neben ihr überlegen was zu tun sei sie war unscheinbar wie eine Dienerin gekleidet wohl in der Absicht mit ihrem Pflegevater zu fliehen ich trug die Tracht der Schweizer Garde ein wilder Schmerz bemächtigte sich meiner über all das frevelhaft vergossene teure und unschuldige Blut fort aus dieser Hölle sprach ich halblaut vor mich hin ja fort aus dieser Hölle wiederholte Gaspard die Augen öffnend und sich auf dem Lager in die Höhe richtend hier ist unseres Bleibens nicht zum ersten nächsten Tor hinaus bleibe noch ruhig erwiderte ich unterdessen wird es Abend und die Dämmerung erleichtert uns vielleicht das Entrinnen nein nein versetzte sie bestimmt keinen Augenblick länger bleibe ich in diesem Pfuhl was liegt am Leben wenn wir zusammen sterben lass uns geradenwegs auf das nächste Tor zugehen werden wir überfallen und wollen sie mich misshandeln so erstichst du mich und erschlägst ihrer zwei oder drei so sterben wir nicht ungerecht versprich mir das nach einigem überlegen willigte willigte ich ein da es auch mir besser schien um jeden preis der not ein ende zu machen konnte doch der mord morgen von neuem beginnen waren doch die tore nachts strenger bewacht als am Tage wir machten uns auf den Weg durch die blutgetränkten Gassen langsam nebeneinander wandelnd unter einem wolkenlosen dunkelblauen Augusthimmel unangefochten erreichten wir das Tor im Torweg vor dem Pferdchen der Wachstube stand mit verschränkten Armen ein lotringischer Kriegsmann mit der Feldbinde der Gwiesen der uns mit stechendem Blicke musterte zwei wunderliche Vögel lachte er wohinaus Herr Schweizer mit eurem Schwesterchen das Schwert lockernd schritt ich näher entschlossen ihm die Brust zu durchbohren denn ich war des Lebens und der Lüge müde bei den Hörnern des Satans seid ihr es Herr Schadau sagte der lotringische Hauptmann bei dem letzten Worte seine Stimme dämpfend tretet ein hier stört uns niemand ich blickte ihm ins Gesicht und suchte mich zu erinnern mein ehemaliger böhmischer Fechtmeister tauchte mir auf ja freilich bin ich es fuhr er fort da er meinen Gedanken mir im Auge las und bin's wie mir düngt zur gelegenen Stunde Mit diesen Worten zog er mich in die Stube und Gaspard folgte in dem dumpfigen Raum lagen auf einer Bank zwei betrunkene Kriegsknechte Würfel und Becher neben ihnen am Boden auf ihr Hunde fuhr sie der Hauptmann an der eine erhob sich mühsam er packte ihn am Arm und stieß ihn vor die Türe mit den Worten auf die Wache schuft du bürgst mir mit deinem Leben das niemand passiert den anderen der nur einen grunzenden Ton von sich gegeben hatte warf er von der Bank und stieß ihn mit dem Fuße unter dieselbe wo er ruhig fortschnarchte jetzt beliebende Herrschaften Platz zu nehmen und er zeigte mit einer kavaliermäßigen Handbewegung auf den schmutzigen Sitz wir ließen uns nieder er rückte einen zu brochenen Stuhl herbei setzte sich rittlings darauf den Ellbogen auf die Lehne stützend und begann in familiärem Ton nun lasst uns plaudern euer Fall ist mir klar ihr braucht ihn mir nicht zu erläutern ihr wünscht einen Pass nach der Schweiz nicht wahr ich rechne es mir zur Ehre euch einen Gegendienst zu leisten für die Gefälligkeit mit der ihr mir seinerzeit das schöne wirtenbergische Siegel gezeigt habt weil ihr wusstet ich sei ein Kenner eine Hand wäscht die andere Siegel gegen Siegel diesmal kann ich euch mit einem aushelfen er kramte in seiner Brieftasche und zog mehrere Papiere heraus Seht als ein vorsichtiger Mann ließ ich mir für alle Fälle von meinem gnädigen Herzog Heinrich für mich und meine Leute die wir gestern Nacht dem Admiral unsere Aufwartung machten diese Worte begleitete er mit einer Mord Gebärde vor der mir schauderte die nötigen Reisepapiere geben der Streich konnte fehlen nun die Heiligen haben sich dieser guten Stadt Paris angenommen einer der Pässe hier ist er lautet auf einen beurlaubten königlichen Schweizer den Fourier Koch steckt ihn zu euch er gewährt euch freie Straße durch Lothringern an die Schweizer wäre nun in Ordnung was das Fortkommen mit eurem Schätzchen betrifft zu dem ich euch ohne Schmeichelei Glück wünsche hier verneigt er sich gegen Gaspard so wird die schöne Dame schwerlich gut zu Fuß sein da kann ich euch denn zwei Gäule abtreten einen sogar mit Damensattel denn auch ich bin nicht ungeliebt und Pflege Selban dazu reiten ihr gebt mir dafür 40 Gold Gulden bar wenn ihr es bei euch habt sonst genügt mir euer Ehrenwort sie sind etwas abgejagt denn wir wurden Hals über Kopf nach Paris aufgeboten aber bis an die Grenze werden sie noch dauern und er rief durch das Fensterchen einem Stalljungen der am Tore herumlungerte den Befehl zu schleunig zu satteln während ich ihm das Geld fast mein ganzes Besitztum auf die Bank vorzählte sagte der Böhme ich habe mit Vergnügen vernommen dass ihr eurem Fechtmeister Ehre gemacht habt Freund Linje Roll hat mir alles erzählt er wusste euren Namen nicht aber ich erkannte euch gleich aus seiner Beschreibung ihr habt den Guisch erstochen alle Wetter das will etwas heißen ich hätte euch das nie zugetraut freilich meinte Linje Roll ihr hättet euch die Brust etwas gepanzert das sieht euch nicht gleich doch zuletzt hilft sich jeder wie er kann während dieses grausigen Geplauders saß Gaspard stumm und bleich jetzt wurden die Tiere vorgeführt der Böhme half ihr die unter seiner Berührung zusammenschrag kunstgerecht in den Sattel ich schwank mich auf das andere Ross der Hauptmann grüßte und wir sprengten durch den hallenden Torweg und über die donnernde Brücke gerettet von dannen zehn zwei Wochen später an einem frischen Herbstmorgen ritt ich mit meinem jungen Weibe die letzte Höhe des Gebirgszuges hinan der die Freigrafschaft von dem neuen burgischen Gebiete trennt der Grat war erklommen wir ließen unsere Pferde grasen und setzten uns auf ein Felsstück eine weite friedliche Landschaft lag in der Morgensonne vor uns ausgebreitet zu unseren Füßen leuchteten die Seen von Neuenburg Murten und Biel weiterhin dehnte sich das frischgrüne Hochland von Fribourg mit seinen schönen Hügellinien und dunklen Wald Zäumen Zäumen die eben sich entschleiernden Hochgebirge bildeten den lichten Hintergrund dieses schöne Land also ist deine Heimat und endlich evangelischer Boden fragte Gaspard Ich zeigte sagte sie dann erinnerst du dich noch wie froh er an jenem Abend war als wir uns zum ersten Mal bei Melun begegneten nun erwartet ihn sein Vater vergebens und für mich ist er gestorben schwere tropfen sanken von ihren Wimpern ich antwortete nicht aber blitzschnell zog an meiner Seele die Geschichte der verhängnisvollen Verkettung meines Loses mit dem meines heitern Landsmannes vorüber und meine Gedanken verklagten und entschuldigten sich untereinander unwillkürlich griff ich an meine Brust auf die Stelle wo Bocards Medaille mir den Todesstoß aufgehalten hatte es knisterte in meinem Wams wie Papier ich zog den vergessenen noch ungelesenen Brief meines Ohms heraus und erbrach das unförmliche Siegel was ich las versetzte mich in schmerzliches Erstaunen die Zeilen lauteten lieber Hans wenn du dieses liesest bin ich aus dem Leben oder vielmehr bin ich in das Leben gegangen seit einigen Tagen fühle ich mich sehr schwach ohne gerade krank zu sein in der Stille leg ich ab Pilgerschuh und Wanderstab der weil ich noch die Feder führen kann will ich dir selbst meine Heimfahrt melden und den Brief an dich eigenhändig überschreiben damit eine fremde Handschrift dich nicht betrübe bin ich gestorben so hat der alte Jochem den Auftrag ein Kreuz zu meinem Namen zu setzen und den Brief zu siegeln rot nicht schwarz ziehe auch kein Trauergewand um mich an denn ich bin zur Freude eingegangen ich lasse dir mein irdisches gut vergisst du das himmlische nicht dein treuer Om Renat daneben war mit ungeschickter Hand ein großes Kreuz gemalt ich kehrte mich ab und ließ meinen Tränen freien Lauf dann erhob ich das Haupt und wandte mich zu Gaspard die mit gefalteten Händen an meiner Seite stand um sie in das verödete Haus meiner Jugend einzuführen Grab die Co Untertitelung des ZDF, 2020